yo leute was geht willkommen zu dredge ich habe schon ein bisschen reingespielt damit wir den anfang nicht mitmachen müssen ich erkläre euch aber natürlich worum es geht wer dredge noch nicht kennt ein brutal gutes game von 17 vom team 17 richtig gutes entwicklerstudio hatte man unter anderem monster sanctuary und ein paar andere geile games gemacht ich schaue an head of blood weil von dem habe ich das game habe ich gesehen und habe es runtergeladen und bin süchtig jetzt ich werde einfach ein bisschen weiter spielen und euch währenddessen ein bisschen was erklären zum spiel mit ihrer alle auf dem stand seid wo ich gerade bin also wir sind irgendwie ein gestrandeter fischer wir wurden aufgelesen hier von dieser insel von dem bürgermeister und der hat uns ein neues boot gegeben und damit können wir jetzt fischen wir haben neue leute kennengelernt mit denen wir interagieren können unter anderem ein händler eine frau die unser boot verbessert wir haben schon sowas wie eine schatzsuche begonnen und man kann hier im wasser viele sachen finden und ich weiß gar nicht so genau was ziel gespielt ist das ist irgendwie nicht so ganz klar aber klar ist dass am ende oder wahrscheinlich demnächst schon riesige ungeheuer mit dazu kommen die mir ans leder wollen und man muss sagen der look ist auch echt echt hübsch gemacht und ich musste gestern abend mich zwingen aufhören zu spielen und das ist eigentlich immer schon ein gutes zeichen dass ich ein game richtig gut finde so jetzt sind wir hier bei so mantarochen und hier was ich verdecke da seht ihr mein schiff das ist quasi repräsentiert mein schiff ich habe zwei angeln ich habe zwei linsen und ich habe zwei motoren und genau dazwischen ist sowas wie mein mein lager wenn ich jetzt hier ein fisch fange auf der linken seite dann kann ich den fisch hier rein packen und ihr seht der lagerbestand ist nicht unendlich sondern relativ wenig sogar aber den kann man später auch noch erhöhen ich zeig das später beim trocken dock wir fangen jetzt hier die fische dann geht zurück und verkaufen gehen weil es geht schon darum geld zu machen mit der fischen so dann steht da bestand erschöpft dieser fangen platz ist erschöpft das bedeutet da gibt es keine fische mehr dann müssen wir zum nächsten ich kann auch nicht jeden fisch also wenn ihr den kann ich nicht fangen weil keine küstennähe und meine angel hier ist für flachwasser und flachwasser ich habe hier leider fehlkauf gemacht die hätte ich mir nicht kaufen dürfen ich hatte eine für küstennähe der verkauft muss gleich vielleicht wenn ich genug geld habe noch mal eine neue oder eine andere angel holen gleich das dann guckt die ganzen die küstennähe und so die kann ich eigentlich fangen und die ganz großen kummer auch nicht was das denn da war ich noch nicht das hier ist so ein und es gibt nicht nur fische zu angeln sondern eben auch solche frage die die ihr seht genau das ist sowas wie eine holz flanken und damit kann ich mein boot tatsächlich verbessern man kann auch forschung es gibt forschungsteile hallo so jetzt haben wir hier eine planke noch eine planke noch eine planke okay jetzt wird es eng müsste jetzt wirklich eng eine planke wäre mir wichtiger ist der fisch muss ehrlich sagen aber ich kann es so und so machen und jetzt ist das ja auch erschöpft und ich würde sagen jetzt geht es wieder zurück wir haben schon 19 uhr und nacht seht ihr oben in der mitte ist so ein auge das auge hat bei mir noch nicht wirklich was bezweckt von wegen dass irgendwelche monster aufgetaucht sind und wir ans leder wollten ich habe man kann auch nicht kämpfen oder so bisher deswegen kann ich mir gar nicht vorstellen was passieren soll können wir gerade gucken hier habe ich auch irgendwelche sachen die geben so einen passiven boost es gibt missionen die man tatsächlich machen kann es gibt eine karte das ist die karte relativ groß enzyklopädie wo man sich alles jeden fisch angucken kann und ja ich würde sagen wir fahren oder ist ein anderes schiff rumpf beschädigt seltsamer motor deaktiviert das habe ich noch nie gesehen okay nachts unterwegs sein ist ganz böse das war böser böser fisch und der hat jetzt auch mal hier der hat der hat hier drei sachen kaputt gemacht vom schiff okay 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 das muss ich nicht dass das passieren kann ich glaube deswegen immer ganz ganz wichtig dass man nicht macht und hat unterwegs ist man hat das jetzt schon mal gesehen und wisst wieso es wichtig ist nachts nicht unterwegs sein ein lagerplatz am schiff zu reparieren kostet 35 wenn mich nicht alles täuscht ich bin mal gegen eine wand gefahren gestern und musste dann auch was reparieren also ich mega teuer aber bisschen nervig so wir gehen am besten direkt ins lager und bauen da mal die bretter hin links seht ihr mein lager ich habe da auch schon ein paar sachen ne fisch wollte ich nicht reinpacken und das hier ist zum beispiel forschungsteil da kann ich vielleicht zeigen wie das aussieht gibt nämlich hier diese zahnräder forschung und hier kann ich angeln motoren netze und später auch körper erforschen ich würde sagen dass sie kostet nur 1 das mache ich mal hydraulische angelroute dann geht es zum fischhändler die fische verkaufen und schiffsbauerin aber hier kann ich jetzt diese angelroute kaufen hydraulische angelroute die kann ich austauschen gegen diese hier flachwasser für flachwasser hätte ich ja den und das wäre ozeanisch 410 kostet ich habe 350 und ich wollte mir auch den neuen motor kaufen lieber den hier 150 müsst dass der kaputt ist oder ist überhaupt der motor kaputt das sieht gar nicht nämlich der motor ist kaputt sondern der platz da den platz muss ich reparieren alle reparieren kostet 60 geht eigentlich klar dann kann ich der motor wieder einbauen so könnte auch netzen netz oder angel ich gehe noch einmal fischen und dann hoffe ich dass ich mir entweder den motor die angekaufen kann ruhen bis tag wird und abfahrt das game gibt es tatsächlich für die playstation auf steam und auf der switch ich spiele gerade die switch version warum weil ich einfach im handheld modus zocken wollte das hätte mit dem steam deck auch funktioniert aber ich mag es nicht so um pc zu spielen ich kann echt wenig fange ich muss echt mich um die angeln kümmern das war echt dumm mit den angeln ja und deswegen auf der switch aber das ist jetzt auch kein mega krasses fps und 4k spiel ich denke glaube nicht dass der performance auf der playstation oder pc besser wäre als auf der switch für den look den es hat ich muss mich echt dringend um die angeln kümmern ich glaube das ist wichtiger als alt der motor ich kann ja nichts fangen vielleicht sehen wir gleich auch mal sowas wie eine besondere form es gibt mich auch besondere formen die auch mehr geld geben solche anomalie da das hier zum beispiel einen placken plunder hatte ich auch noch nicht lappiger haut perforiert von unzähligen löchern darunter bereitet sich eine unförmige masse aus ja so diese rochen oder was das sind die sind immer ganz schön oder plundern sind ganz schön platzintensiv den fahr ich mal direkt zurück verkaufe und gucke ob ich mir die angel kaufen kann also die günstige angel könnte ich mir sowieso schon kaufen aber naja als verkauft 420 ok wenn ich jetzt zur schlussbauern gehe und dem die angel ich die angel hier verkaufe für 37 kann ich die hier für küstennähe 75 kaufen was gibt es jetzt zwei flachwasser flachwasser ach genau das gleiche richtiger verkauft hat ich glaube ich kaufe die ich glaube es macht sinn damit die anderen fische nicht mal wieder fangen kann ich habe 385 410 den könnte ich mir leisten ozeanisch auch deutlich größere fische fangen ja aber mit diesem einen fisch das war krass ob man die spätschere fangen kann ja aber mit diesem einen fisch das war krass ob man die später auch noch fangen kann die großen spezial fische genau die kann ich jetzt hier wieder fangen aber ich will natürlich zu ozeanisch es gibt nämlich sowas wie delphine und so die will ich haben hier haben wir sowas wie alle die kann ich jetzt zum spiel nicht verfahren ja es ist ein bisschen verzwickt was man die kann ich jetzt hier fangen ja oha oha der ist ja riesig besonderen das ist auch ein bisschen wie tetris spielen finde ich auch ganz witzig erschöpft frag mich was der an kohle gibt wenn wir das nächste mal rausfahren will ich auch wieder dahin wo ich eben war für die was das hier das ist wieder schiffswrack das sprock dem kohle ich um wieder was zu erforschen sehr gut erschöpft fahren wir direkt zurück und erforschen ja ist allgemein richtig schönes kose game so für einen verregneten sonntags ein schönes spiel ich bin echt hockt und echt süchtig genau weiß sogar nicht wie lange die folge gehen wird sie wird lang gehen so trocken doch hier sieht man dass hier das kann immer alles verbessern ich weiß nicht ob sein noch weiter geht aber hier neu herum kriegt man plus fünf dachplätze und dafür brauche ich noch den und hier fehlt mir nur noch ein ballen stopp und hier fehlt mir zweimal schrott den packen wir das schon mal hier rein dann habe ich das schon mal und holz habe ich ja auch schon warte warte ich nicht hier hätte ich halt einmal schrott drin ich glaube ich nimm es dann kann ich das hier schon forschen modifiziert modifiziert zwei prachtplätze für die aufnahme von motoren was krass kann ich noch einen motor dran machen zuerst verkaufen jetzt habe ich nicht geguckt was der fisch gab aber ich glaube es gab richtig viel so dann würde ich sagen details anzeigen und kaufen zwei motoren plätze das heißt wenn ich jetzt hier noch einen motor kaufen würde da kann ich noch zwei kleine dran machen ich habe sogar noch ein klein mal gefunden wie den einbauen zack haben wir hier kleinen außenboot außenport motor gibt noch mal 7,3 knoten obendrauf schön schön nimmt natürlich immer alles frachtplätze weg aber gut ist halt so ne wir haben jetzt 13 uhr ich gehe noch mal raus kleinen fisch hier vor der küste nicht so weit weg wir haben heute den sonnigen samstag die geben nicht so viel kohle aber die hast du schnell gefangen da haben wir wieder einen besonderen so erschöpft dann würde ich sagen zurück verkaufen schlafen nächster tag wir sind schon bei tag 14 also die ersten zehn tage habe ich gespielt die ersten zehn tage ist bisschen so learning und so das finde ich immer nicht ganz so spannend spannend ist wenn man direkt im game drin ist verkaufen wie viel geld habe ich zwar nur 40 okay pennen und wieder raus am besten noch mal zu dieser einen stelle wo der ganze schrott war da würde ich am liebsten noch mal hin das war doch hier raus rechts oder immer kurz in die karte ich meine rechts eine schwarzfelsen insel das war rechts da hinten die insel denn so eine flaschenpost was die insel war es doch links raus die insel war es glaube ich nicht da ist noch was hinter der insel was hier nochmal sport jetzt nehme ich mit genau es gibt nicht nur schrott sondern auch sowas wie eine alte heisenkette die kann man natürlich auch verkaufen das gibt dann richtig gut geld platz das ist leistungsmäßig so dass viel geld oha das war schwer schatten in der tiefe bronze gürtelschnalle natürlich oh gott ich brauche einmal auf jeden fall stockballen war das gleich wo ich den jetzt mal hinpacken soll was habe ich noch mal jetzt wird es eng erschöpft dreimal sport ist aber krass krass gut wenn wir noch mal so zeug ziemlich und dann habe ich noch platz für eine planke auf jeden fall erschöpft gut ok wird dunkel abwart nach hause also 18 uhr werde ich gerne immer beim schlafplatz genau fisch mitnehmen oh was das denn ein ein paar ein fisch mitnehmen ein sogar noch ein mitnehmen cool ich glaube genau ich glaube nachts ändert sich auch was es am fischen gibt gibt ja auch nachts jäger und so das ist wir sauber macht genau ach guck mal hier der will die kalmarer haben das ist hier eine mission die beende ich natürlich dann gibt es noch mal extra money 87 so sonst habe ich gar keinen fisch zu verkaufen krass guck mal hier was will er einfacher krabbenkorb krabbenkorb bringe krabbe aus standorte nicht vergessen okay und dann wieder einsammeln cool 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 muss was reparieren okay mir gar nicht klar sowas brauche ich hier einmal sport habe ich ja und einmal noch das ja ich jetzt was passiert hier lebensdauer drei tage ich bin gespannt wo man den krabbenkorb aussetzen kann ich würde ja noch mal zu dem stück aber ich weiß ja wo das war war es nicht rechts sowas immer jetzt links rum fahren und kameras irgendwie ein bisschen tricky finde ich die sind gut mit denen kann man auch sowas wie ein rätsel machen die sind nicht so krumm kabel ja wo ist das nee aber ich weiß nicht mehr wo das schiff war wo war das schiff vergessen hier ist noch mal schrott ich brauche unbedingt unbedingt den stoffballen okay wähle den krabbenkorb mit l aus und lege ihn mit y aus ist also egal wo ich hinlegen dann lege ich den klein so in die nähe bei uns nicht so weit weg macht ja keinen sinn dass der übel weit weg ist richtig schön kohle machen für den besseren motor und dann lege ich hier den krabbenkorb aus viele steht da guck mal unten links steht dann auch wie viele die da sind gut das ganze fisch verkaufen perlenohrringe es gibt noch so einen anderen laden wo ich das alles verkaufen kann aber guck mal er hat jetzt so solche dinger 100 ich sehe nicht ob ich auf krabben gehen will krabben nervt mich so ich habe 436 damit kann ich mir den motor kaufen den verkaufe ich du wirst ausgebaut und kommst ins lager dann kaufe ich mir den geilen motor hier jetzt müsste ich eigentlich richtig schnell unterwegs sein scoppel steven chat wie findet ihr denn wie findet ihr das spiel nein nicht noch mal ruhen abwarte ich gehe direkt mal bei den krabben gucken ob da schon was drin ist boah bin ich jetzt schnell korb prüfen eine ok ich habe eine habe eine krabbe gefunden aber wo war der boah ich bin echt gut schnell gefällt mir wie schnell kann man werden das ist ja crazy wo war das hier ist wieder der krumme eigentlich müsste ich das rätsel mit den krummen noch machen um euch das auch einmal zu zeigen hat er drei köpfe der hat drei köpfe wieso hat er drei köpfe ist er von chernobyl oder wie steven ist zu entspannt ok ist halt komplett cozy lehn dich zurück mach dir einen kaffee oder so und entspann dich ja mein lagerplatz ich bin echt probig ich hoffe wir schaffen es mal in der nächsten zeit mehr lagerplatz zu bekommen weil das echt nervig ist ist ja das nächste was ich dann forschen kann plus 5 lager kapazität wo ich gebe ab wie schnell ich bin so hier ist mein händler und dem kann ich halt aus meinem lager das ganze zeug hier verkaufen 80 725 das nimmst du nicht ne ja hier kann ich auch pennen wie viel 13 uhr ne brauche ich nicht abwarte geht mal zurück verkaufen dann gehts wieder los ich muss noch mal zu diesem frage ich meine das war hinten rum rechts rum vielleicht krabbel ist glaube ich ich muss mal gucken was sie bringt wenn ich viel bringt dann macht krabbel vielleicht doch Sinn weil es nur einen platz verbraucht was bringt ach der will ja die krabbe haben was wird denn so bringen steht da nicht es gibt auch so eine riesen krabbel eine mutierte krabbel winker krabbel 2 120 bekommen jetzt schon ruhen ist irgendwie blöd ich gehe nochmal fischen ganz kurz hier vorne ich weiß nicht inwieweit man zeitmäßig die zeit ausnutzen muss aber ich will nicht um 14 Uhr schon ruhen oh da ist hier noch ein besonderer kurz gucken ob hier was drin ist nope und zurück das hat bei mir so bisschen äh scoppel raft äh vibes so bisschen raft mäßig und raft habe ich ja geliebt ja hier brauche ich echt nur das mit dem ballen und den kann ich wahrscheinlich machen wenn ich den links auch fertig habe und kaufen kann ich ja nichts geiles ne ist das ja ein einfaches schleppnetz ja kann ich es kaufen dann pennen und weiter ich muss jetzt mich darum kümmern dass ich einen stock bekomme das würde mich komplett nach vorne bringen bestimmt gibt es über nacht richtig gut krabbel ich guck mal rein eine so ich wollte ja rechts rum gucken ich will jetzt aber schneller den dicken fisch nehme ich am rückweg mit auf platz und aktuell rohja da gibt es hier richtig schön Schrott bauen unbedingt den stopp dredge ist bestimmt sowas wie schrott das ist ein anderes wort für schrott kennt er den begriff der dredge nicht komm ich brauch stopp das silberschmuck der gibt schon gut geld ich brauche kein schrott ich brauche stopp für die nächsten stufen auch gut aber jetzt wo ich erst mal stopp noch mal schrott 17 uhr kann ich jetzt noch zurück ich glaube trotz sammeln kostet richtig zeit und gott glaube ich hoffe das wieder nicht bitte nicht wieder irgendwie so ein vieh 18 uhr es gibt es hier kann man kostet auch zeit ich glaube ich fangen gar nichts abfahrt 19 uhr jetzt wird es dunkel wenn das auge da ist dann wird gefährlich jetzt oder sie hat hinten zwischen nachts gut ist dass man für das normale rausfahren wenn man sich jetzt nicht selber beschädigt man muss kein benzin oder so zahlen oder irgendwelche löhne oder sowas das wird glaube ich noch killen wenn es auch löhne bezahlen müsste ja leider kein stoff kommen wir jetzt stoff bekommen nächsten tagen ich kann noch mal in die graben gucken wo diese große graue ne aha eigentlich könnte ich direkt zurück und das verhökern gehen also den auftrag es kostet zeit es kostet alles zeit hier ich fange mich voll und geht dann zurück hoher bestand ja ist krass so full 11 uhr dass man nachts immer zurück muss ich weiß noch nicht wie ich das finden soll ich kann mir auch vorstellen dass man später nachts rumfahren muss muss ich ja jetzt eigentlich auch schon mal in den tippen fischen gab es 60 ok menschen geschieht ach ja das ist natürlich auch alles story based und so ihr wisst ich bin das ist der größte story fan deswegen es reicht wenn man weiß was missionen sind und was man so allgemein machen muss ich glaube jetzt hier die story sich reinzuziehen ist für mich persönlich nicht wert das könnt ihr natürlich machen ja zwölf ok woher ich glaube jetzt mal raus oder dem tisch er wohnt nicht viel platz dann habe ich schnell an bord der brengst auch nicht viel geld aber Den nehme ich mit. Komm. 15 Uhr. Nicht zu weit weg. Ich glaube da vorne ist noch was. Ach man. Vielleicht gibt es später irgendwie sowas passives mit so einem Buch, dass der Tag ein bisschen länger ist, weil ich muss schon sagen, es ist ein bisschen kurz immer. Einmal raus, fahren wieder zurück. Ich meine das ist natürlich sehr realitätstreu, weil so ist es. Man fährt einmal raus, kommt zurück und da muss man halt pennen. Finds aber ein bisschen nervig, muss ich sagen. Und ich muss jetzt echt mal gucken, dass ich diesen Stoff bekomme. Damit ich in der Story auch mal ein bisschen weiter komme. Ich fahre mal ein bisschen was weiter raus hier. Gucken, ob es hier irgendwo was gibt. Fische, Fische, Fische. Hier ist doch Schrott. Bitte stopp. Eine Planke. Eine Planke. Mann, Mann, Mann. Oh, was ist das? Schiffsbrüchiger. Ich bin gerettet. Ja, ab nach Kleinmarkt. Ach, der muss sich jetzt auch noch platzieren, das ist ja witzig. Okay, ah, guck mal, der hat es ja sogar SOS geschrieben. Okay, zurück nach Kleinmarkt. Und den wegbringen. Dass es so Schiffbrüche gibt, das wusste ich nicht. Ist auch mein erster. Ach, guck mal, hier. Da haben wir Stopp. Gehen wir auf jeden Fall mit. Wir haben noch ein Forschungsteil. Perfekt. Ohrringe. Und jetzt habe ich ein Problem. Geil. Okay, da haben wir den Stoff. Jetzt bin ich gespannt. Bestimmt kann man später so richtig fette Fische noch bekommen. Damit man, weil man da so viel Platz auch später noch bekommt. Ich kriege jetzt plus 5. Ich glaube dann 9 und dann nochmal plus 15. Hier, das muss ich mir merken. Direkt draußen und dann links. Für Sport. Aber ich glaube, das hier ist Kleinmarkt. Dann ist der Typ wieder zu Hause. Hallo Herr Kylos, moin moin. Petri, heil. Ich habe keine Fische. Ich kann hier alles mal... Also so. Dann gehen wir ins Brockendorf. Und packen da das... Deukin. Hallo Alex. Modifiziert zwei Krachplätze für die Aufwand von Angeln. Geil. Und jetzt kann ich das hier machen. Alter Schwede. Okay. Aber ich habe ja hier schon einiges. Ich habe dreimal... Brauche ich Tücher. Guck mal, ich brauche gar keinen mehr. Brauche nochmal Holz. Was ist das hier? Metall. Okay. Nichtsdestotrotz kann ich jetzt noch eine Angel nehmen. Ah, jetzt brauche ich das überhaupt. Bin ich nicht ein kleiner? Guck mal, bin ich. Okay. Das ist hier nicht. Das Großmark. Scheiß, wo ist der Kleinmark? Das Kleinmark auf der anderen Seite. Yes. Siegelring. Zum Lager. Danke. Händler. Nimmst du den Siegelring? 90. Das ist nicht schlecht. Was gibt das hier? 30. Und 25. Natürlich. So, wir können gleich einfach forschen, dass es genau ist. Okay. Als 16 Uhr. Ich müsste es ja wohl schaffen, zurückzukommen, oder? Hier hätte ich auch forschen können. Sie habe ich gerade gesehen. Muss ich überhaupt? Ich muss gar nicht so. Ich kann auch hier pennen. Fang hier kurz. Ähm, penn ich da. 18 Uhr. Und zurück. Oh, was ist das hier? Ah, wieder die Dinger. Doch, die geben gut Kohle. Ups. Ich bin ja direkt an meinem Zuhause. Kann ich auch ruhig mal nachts fischen. Oh, ein seltsamer. 21 Uhr. Macht aber nichts. Bin direkt hier. Bin direkt hier. Äh, penn. So, da vorne noch was Schrott. Der nehme ich auch mit. Vielleicht der Stoff. Nö, der Planke. Zwei Planken könnte ich mitnehmen. Stoff und veredeltes Metall. Das habe ich zum Beispiel noch gar nicht gefunden. Das Metall. Nein, kann ich mitnehmen. So, und forschen. Ich habe ein Forschungsteil. Guck mal, was das hier für ein krasser Brummer ist. Und was hier dann noch kommt. Ich glaube, ich mache es einfach hier. Hier kriege ich plus 9 mal 5 Knoten. Strahlantrieb. Dauert zwar, bis ich den habe. Aber wenn ich ihn habe, ist er glaube ich gut. Jetzt sehe ich irgendwo. Ich habe 700 Geld. Also, ich glaube, ich gehe jetzt mal echt vermehrt nur auf Suche von Schrott. Und nicht mehr Fische fangen. Ich gehe einmal um die... Obwohl, der nimmt nicht, glaube ich mal. Der ist... Der gibt viel Kohle. Alter! Bluthaut-Ei! Geil. Die dauern auch richtig, die kosten richtig Zeit. Ah, hier, guck mal. Wieder Schrott. Mann, ich brauche keinen Schrott. Ich bin gespannt, was der Hai an Geld gibt. Hallo, Xerox. Kram ist leer. Belöse Reparatur. Hier verriere ich das? Der hat den Kramkorb in deinem Fahrzeug und holt ihn anschließend ein. Ah, ich habe keinen Platz. Oh, doch, habe ich. Ja, da ist er. Ja, also, was hat der gebracht? Der hat drei Krabben gebracht. Weiß nicht, was die Krabbe jetzt an Geld gegeben hat, aber das war halt nicht so gehört, oder? Ach, das ist ein Mutant. Mann, ich würde gerne wissen, was er an Geld gegeben hätte. Und hier hat den Fisch, man ja gerne, aber wenn man einen großen Drück, das kann man hier singt fest, zusammen. Wie, 100? Zwei Forschungsteile. Das hat sich ja mal übel gelohnt. Ich kann das Fisch erst zu twittern. Vor Angst, bitte verkaufen. Okay. Nur Lötigaparatur. Ich verkauf das Ding. Ich will nicht mit Kram, gefällt mir nicht. Kram finde ich doof. Ja, Kram finde ich doof. Aber was ich gerade... Ich könnte diese... Oh. Ich glaube, das mache ich. Geld habe ich ja genug. 15 Uhr. Natürlich kann ich nicht das zu, du hast den großen Teil. verschoben wird wer weiß was damit der fisch macht ich könnte mir die angel noch zusätzlich kaufen so und die dahin machen geil habe ich nur ich zwar weniger platz wieder aber und ich habe zwei forschungsteile da könnte ich mir natürlich den luxus außen bord aber der ist besser ich habe was für zwei angeln ich hatte vulkanisch flachwasser mangroven küsten näher ich habe weder mangroven noch vulkanisch bisher gesehen alter küsten hier flachwasser ozeanisch was das denn für ein riesen vieh kürbe gibt es jetzt auch aber ich will nicht auf kürbe gehen glaube ich kürbe nervt mich netze nervt mich auch ich glaube ich gehe weiter auf dem motor ich will schnell sein hallo lisa guten morgen ich muss weiter auf schrott gehen richtig das ist die mission ich habe genug kohle wie viel geld habe ich 1000 ich muss unbedingt auf schrott gehen das ist das wichtigste ich umfahre jetzt hier ein paar inseln und suche nur schrott oft ist schrott an was das hier wieder eine hand auf den stein ok was ist das denn alle weil ich immer alle mitkommen scheiß hoch noch ist ja früh 10 uhr jetzt könntest du mich mal suchen wo es den sportplatz gäbe ist nix mal darüber hast du das game eigentlich schon gespielt lisa noch mal ein könnte ich mitnehmen ich finde es auch echt spannend mit diesen extra form und sowas da alles so gibt und wir haben ja schon ein riesen ding gesehen was mich angegriffen hat da bin ich echt gespannt was da noch so kommt wenn es über auch so abes gibt und so ich habe mir müsst euch auch mal den trailer angucken im trailer sieht man richtig krass noch also richtig krasses zeug noch kein schrott das schlecht da gehe ich nächste am nächsten tag bei links rum was hat mir denn hier was was das würzaal gibt für 58 ihr habt so viel kohle jetzt links rum wegen schrott da links bei diesen inseln da wird es ja wohl irgendwo dazu mal schrott der planke man das brauche ich nicht die reine schussbrüche gibt vielleicht gibt es hier noch mal irgendwo gerade aus fische fische das schrott oh man eine silberplatte alter was sind das denn für riesen fische was sagt nur so aus das sind schwert fische die kann ich sogar holen denn immer mal ein mitner alter schwede ist der groß damit auch mal der bühne mal die auch fangen kann der bühne fangen nee hätte mich auch gewundert die schrottsammelei läuft nicht ich habe keinen platz für neu ich habe echt wenig platz zum angeln kann zwar jetzt fast alles angeln aber was bringt gar nichts wenn ich nichts anfangen kann ich gehe mal gerade aus dazu der riesen insel vielleicht gibt es da noch mal schrott vielleicht ist auch schon der zeitpunkt wo ich hier mal ein bisschen was weiter weg muss und mich von groß und klein markt verabschieden muss wieder ein brett und ich war zu neuen inseln aufbrechen muss also ich glaube da vorne ist zumindest mal ein frack nee irgendwie so was ist das doch ein paar steine was das denn gestalt mit kapuze fischer man bitte hilf stelle wir einfach normalen fisch hole ich dir der fisch hole ich dir gibt es doch hier vorne bei mir so ein stinknormaler fisch bist du nicht so ein stinknormaler fisch ja immer direkt mit vielleicht gibt es ja davon dann edelmetall brauche ich zwar immer noch den stopp aber dann hätte ich wenigstens das schon mal ich glaube auf der anderen seite war ein schiffswrack mehr immer noch mehr leer wusste ich doch dass denn noch ein will oder war das nicht der richtige fisch tiger makrele will der toll mein fisch ist weg tiger makrele blaue makrele okay dann muss ich wohl eine besondere tiger makrele besorgen das merken wir uns hier mal dann geht es nur auf makrelen wer weiß was der gibt bin ich ja hier schon mal 17 uhr aber ich bin direkt bei einem schlafplatz alles gut hier gibt es bestimmt so eine besondere tiger makrelen form den habe ich nicht sogar was für den 60 ich habe echt viel kohle tigermakrele das ist keine tigermakrele glaube ich die zeit läuft übrigens auch nur wenn wir wirklich fahren fischen oder irgendwas machen das ist auch ganz gut hier vorne gibt es makreel meine ich bestanden hier trägt das schlecht das war der ohne besondere okay einfach ein großer oder was ich brauche echt ring größeren braucht man ich kann kaum noch was tragen im schiff tragen morgen ich fische hier alles weg ich brauche dringend die tigermakrele komm eine besondere keine tigermakrele für mich ich glaube das kabel ja oder ich hätte noch mal dreimal zwei platz viel glücks die rocks ja ich habe ultra viel kohle das bringt noch nichts kommen irgendwie grad nicht weiter das makreel sieht so aus kleine fische sind wir mal krälen oder klumpen makreel klumpen makreel mann ich brauche noch eine tigermakreel das war anlackier alter ja der ist der ist ja zu groß den muss ich mal ganz kurz hier muss ich umbauen das sind wieder kabeljau ne oder ne das sind so kleine flunderdinger das kabeljau ja eigentlich könnte ich den mitnehmen ich glaube es ist auch nicht so schlimm bisschen geld auf polter zu haben für die ganzen erforschungssachen später aber ich gehe nochmal raus ist ja erst zwölf das ist ja Okay. haus ist die mord wo war noch mal die frau? da ne? zum glück bin ich nicht wirklich fischer. ich bin so orientierungslos. hilfe. nein glaube ich. komm tiger. komm tiger. kein tiger. nervig. das kabeljau. zwei kann ich mitnehmen. wieder ein dreiköpfiger. und fudel. da links noch ein frat da fahr ich mal hin. ah ne ist nicht. waren nur steine. ich glaube ich suche zwar weiter nach tiger makreelen aber ich glaube es nicht wird jetzt die ganze zeit auf krampf tiger makreelen zu suchen. ich versuche weiter schrott zu suchen. stand zwar niedrig aufgleicher glück. kein glück. ne plunder. ne platte. warte. noch ein oder? nicht den hier. den hier. das bisschen wie tetris. ich fahr jetzt noch mal richtig weit raus zu einer anderen insel. da hinten sieht man ja schon am horizont so richtig kette inseln. da rechts auch eine krasse insel. aber es heißt krass da ist halt eine insel. da ist das schiff was ich eben gesehen habe. da gibt es doch bestimmt schrott. an so einem schiff gibt es immer schrott und so. ja ich will hinein. säckchen gold dublon nämlich. auf jeden fall den stoff. sehr wichtig. wort und ein fordungsteil. sehr nice. 9.44. da ist noch eine große stadt. da geh ich mal hin. da sind sogar zwei städte. da geh ich mal rüber. hier ist wieder so ein schwertfisch. da habe ich glaube ich keinen platz für. na da. vielleicht passt er da hin. yes. neustadt? boah es sind drei städte nebeneinander. ok bin ich gespannt. hier gibt es jetzt neuen stadt. let's go. hier wäre wieder... ist das nicht... was ist das? das denn? er sieht klein aus. hätte ich vielleicht platt. ja. pazifischer rotbarsch. nehme ich mit. sooo. neustadt, neues glück. vielleicht gibt es hier auch einen Fischhändler. hier gibt es gar nichts. einwohner von unfällen ausflächen probleme gegen gilt reich war mehr als besonders okay mehr halbe die bestimmt haben reifen mehr alle besorgen feldspalt der kippe okay ich weiß wo und nur nacht was ich bräuchte während fischhändler hoffentlich ist da ein fischhändler was nicht so winzig ist eine flaschenpost guck mal hier der entspannte geist fahrende händler fisch verkaufen ich will handeln ja gut nehmen wir meinen ganzen fisch und das kann ich alles zum lager packen oder kaufst du das auch wert schwimm doch was schon noch hocken doch aha kann ich mir schon mal hier den links reinpacken das ist einfach noch mal hier auch so sachen kaufen hier kriege ich das nur noch zweimal stopp bisschen plaudern brauchst du vielleicht hilfe mission ich fische immer noch hier heißen riemen fisch pelikan aal riesen tiger salmler und bastenflossler alter schwere ne 15 uhr ja diesen ein aal soll ich ja in der nacht fangen deswegen warte ich mal bis nacht ist tiger makrele let's go hier ist die tiger makrele welcher lang suchen können was das gehäutete tiger makrele ok äh dann ja will ich den aal jetzt noch wie gesagt zwischen der feldspalte nacht ich glaube ich mache erst mal das mit der tiger makrele ich pennen und mache dann die tiger makrele jetzt muss ich nur noch wissen wo war das äh karte nord nach norden ne da bei der insel ist das doch meine ich naja tiger makrele natürlich also ich glaube das game ist nicht für jedermann was bin ich mir sogar ziemlich sicher da wäre so ein aal vielleicht kann ich den gleich fangen beinahe gestillt sagt was bin ich dritten ist schon besonders ein schlangen makrele was soll ich denn eine schlangen makrele herbekommen schlangen makrele noch nie gesehen glaube ich ist das hier ist das hier schlangen makrele grauer aal ich gehe auf jeden Fall da hin mal zurück das glaube ich ein cooles dreieck ich will zu der anderen stadt da mal ich glaube da links ist auch noch so ein schiff ich glaube da gehe ich als erstes dann brauche nur zweimal stopp 15 uhr also bis zur anderen stadt da komme ich ja wohl safe ach denn ich glaube da darf ich nicht rein noch nicht kaputt hier ist aber schrott hier sind fische da schrott kommt doch nein was das denn forschungsteil geil okay ist gut damit kann ich richtig gut forschen sitzen 30 sich wo das was rot ist auch da muss lächeln was dein begehrt unfell okay ich sollte noch unfell bringen unfell war hier irgendwo oder eine forschung genau ich habe zwei bocksteil damit kann ich mir den hier machen let's go kann ich den kaufen und dann kaufe ich den motor geil so da sind die steine vor anscheinend kann man später noch sachen kaputt machen das wäre ein guter gewesen das ist ein fetter fisch das ist ein guter gewesen ein guter 9,5 kaufen wie gibt er 7,3 ausbauen zum lager ich will noch so einkaufen nein nur einkaufen ich kann noch mehrere kaufen muss ich erst pennen einmal ich habe ein buch bekommen krass mann das ist ja blöd 83 was das hier die kunst der silbernen zunge gehen wir kurz 11 uhr noch mal raus fischen hier noch mal was von der umgebung auch schnell also darf kann ich ja unendlich fangen besonderer oder dann darf ich denn nicht fangen der entspannte geist was bringt er plus 10 widerstandskraft gegen parnec oder ist gut was ist das denn für ein vieh steinfisch hallo cat boah bin ich jetzt schnell hilfe großen 600 ich habe echt viel kohle aber ich wollte jetzt noch mal wegen dem motor gucken kb 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 und ablegen so ich brauche nur diesen schlangen dings bums genau und dabei war ja nicht irgendwo das kurz auch tücher das ist erst mal richtig glaube ich ich fahre mal um die insel rum ich habe echt dringend die tücher dann geht es echt dann geht es echt voran was ist das denn habe ich auch noch nie gesehen vielleicht ist es dieser fisch den ich brauche ein stöhr stöhr nicht stöhr da nehme ich noch mal ein besonderer noch ein noch ein kriege ich nicht mit oh planken kommt bitte stoff bitte stoff bitte stoff mit stoff ok hier gehe ich vielleicht zurück hier ist ja richtig was los hier gehe ich zurück war ja einfach nur um die insel fahren natürlich kurz verkaufen ablegen dann gehe ich da mal hin ich brauche nur zweimal stoff ich weiß nicht Kann ich in Schiff reingucken? Eine Planke, Mann. Es geht halt übel in die Zeit rein, das, äh, ja. Wir werden, ich werde einmal die Nacht mitnehmen, äh, ist jetzt halt halt so. Noch ein Motor. Kack ab. Noch ein Motor. Ja, wird nix. Ich hab nur drei Platz, äh, braucht vier. Äh, dann, äh, geht's mal. Alter, ich sehe gar nix Hilfe. Oh Gott, nö. Alter, wieso ist Nacht so unheimlich? Ich brauch so dringend einen Stopp, unglaublich. Ich geh da nochmal hin, da war immer noch mehr. Ich frage mich, ob ich auch später mein Lager erweitern kann, weil das auch so langsam voll geht. Oh, was ist das, der Stopp? Den brauch ich. Bitte nochmal Stopp dann dahinter. Let's go, ich hab's. Oh, nochmal Stopp. Oh, nochmal Stopp. Der nehm ich mit. Ich kann bestimmt mit den ganzen Planken und dem Schrott, äh, direkt in der nächsten Stufe auch noch was machen. Das mach ich jetzt direkt. Dann geht's endlich voran. Dann kann ich ja mein Geld mal ausgeben. Dann kann ich ja mein Geld mal ausgeben. Mittags um 15 Uhr kommt so ein Scheißfisch. Was ist das denn, Pimpfi? Alter. Alter. Was war das für ein Riesen-Aal. Moin Jojo. Voll, der hat mich voll mitgenommen. Kann ich mich erstmal hier bitte wieder reparieren. 60. 5-Doc. Let's go. Neuer rum. So. Ein Motor am Platz. Ja, das habe ich doch sofort. Wie voll ich hier bin. Hilfe. Das habe ich auch sofort. Boah, mega Progress. Fast die Stufe direkt wieder abgeschlossen. Ich brauche noch genug Kohle. Geil, vier Plätze. Und da brauche ich jetzt zweimal Dingsbombs. Hm, das ist doof. Zweimal wieder Stoff. Jetzt wieder an die Stoffsammleleit. Zweimal Stoff habe ich das Ausschwang. Krass, dann bin ich direkt wieder bei Neuem rum. Ein, der Rumpf hält einen zusätzlichen Zusammenfall aus. Ein Boot auf einen Stoff und zwei Rumpf. Fünf neue Frachtplätze hinzu. Plus vier Frachtplätze. Jetzt müsste ich doch übel Fracht. Oh mein Gott. Jetzt haben wir richtig Platz. Und nochmal Platz für noch einen Motor. Das ist ja übel. Das ist ja übel nice. Ja, muss ich kaufen. Muss ich kaufen. Boah, scheiße. Ich brauche beides. Ich muss jetzt kurz einmal Fisch kaufen gehen. Boah, was war das für ein geiler Furke? Das gefällt mir. 17 Uhr, ich penne und dann geht's ab. Boah, jetzt kann ich richtig Fisch sammeln. Geil. Aber dieser Scheiß-Aal, der hat mich genervt. Nicht early. Ziegermagrele. Alter, kann ich jetzt viel fangen? Neun Plätze habe ich mehr. Jetzt wird hier richtig Geld gemacht. Was ist das? Königslachs. Aha. Parotten, der Königslachs. Ey, wie viel Platz ich habe. Das ist so belohnend. Vielleicht gibt's hier Stoff. Schrott. Egal, ich habe so viel Platz. Das ist ja richtig nice. Und ich bin ganz knapp davon, nochmal neun Plätze zu bekommen. Physisch ist das... Oh, guck mal, wie das Boot jetzt auch aussieht. Oder? Sieht anders aus. Sieht anders aus als vorher, oder? Bilde ich mir das ein. Weiß ich bin auch so schnell. Wenn ich mir jetzt gleich nochmal einen Motor kaufe, bin ich nochmal zehn Knoten schneller. Dann pese ich hier lang wie Stumi. Fischmarkt. Wenn ich alle Fische verkaufe, was bringt das? 140 nur. Ey, ich sähle gedacht mehr. 300, ich habe jetzt... Also, es war echt gut, dass ich so viel Kohle hatte. 14 Uhr. Ich gehe nochmal raus. Die Fische da hole ich noch. Unbesonderer. Königslachs. Das Gefühl, der Königslachs bringt nicht so viel Kohle. 16 Uhr. Okay, verkaufe ich einen Pen und dann Abwart. 76. Ja, der Königslachs gibt echt nicht so viel. Nochmal Metallteil. Scheiße, und das Forschungsding ist nicht mehr da. Scheiße. Ah ja, der. Da kann ich richtig viele von fangen. Musik. Liebe, ich bin ein夏. ich habe gedacht ich hätte noch platz habe ich aber nicht hier gleich noch mal hin mann wenn wir immer auf dem weg hier hin und auf dem weg hierhin fange ich so viel fisch da ich voll bin wie viel kostet dredge 25 euro und bei instant gaming 19 euro wenn du auf pc spielst ich hatte aber ich hatte richtig glück ich habe dredge auf der switch geholt ich hatte irgendwie 700 goldpunkte da habe ich schon mal 7 euro reduzierung bekommen und der 3ds und die u shop ist ja down und da konnte ich mein gut haben weil ich da noch drauf hat das war noch zwei drei euro überholen ich habe für dredge irgendwie zehn euro weniger gezahlt war richtig gut egal aber es ist 25 euro voll wert voll wert macht so viel spaß und ich habe noch ich habe noch nichts gesehen kaufe ich den motor oder der hat mit fall jetzt habe ich kein geld ich kaufe den motor abwarten ablegen jetzt bin ich richtig schnell ach was eigentlich mit dem buch noch nicht abgeschlossen moin harley mein bester wie geht es dir ich brauche aber ganz dringend stoff bitte gib mir stoff ich konnte ich drauf hände ich muss gut hände kurz pennen ihr landgraben es ist ein komplettes cosy game ich glaube sieht man auch schon am look aber es macht so viel spaß das ist halt so das perfekte game für mich das macht richtig schön süchtig da bin ich ganz schnell gefangen so games ich sag nur graf war so und dingen wabbeliger steinfisch wabbelig 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 wo krieg ich jetzt noch mal richtig krass doch der blech fahre ich einmal komplett um die insel hier rum nein nicht ruhen wir haben jetzt 11 uhr hallo mir fehlt auch immer noch die schlangen makrelo wie das hieß 15 uhr Stör Stör Ich hab den gehabt, die fehlt Bohle, oder? Königslachs Dresden 176 gab das Okay, ich hab ja 400 Jetzt einmal um die Insel rum Und nichts ablenken lassen Vielleicht würde es jetzt so viele Tage später Sinn machen, mal wieder zurück zu gehen Zu meiner alten Insel Um dort nochmal nach Schrott zu suchen Aber ich fahr jetzt hier erst einmal rum Aha Was ist das hier? Ach der Die Kunst der Silberne Zunge abgeschlossen 10% erhöhte Verkaufspreise 10% erhöhte Verkaufspreise Ey, cool Das ist nice Wo war's hier? Wo war's hier? Ich bin Ich bin dreier krabbenartig Ich hab' ne gewisse Drei verschiedenartige Krabben vielleicht da rein So einen Schrein gibt's auch da, wo ich gestartet hab mit diesem Kabeljau Hier ist nochmal Hier ist nochmal ein bisschen Stoff Mann, ich brauch Stoff Forschungsteil ist auch Ich brauch Stoff Oh, da ist nochmal ein richtig krasses Schiffsbrack Zwei Stück Was denn hier für ein Schiffsfriedhof? Let's go Oh Mann, ich schrotte hier Schimmstneil Die Meldung ist nicht Und nicht die Meldung ist die Meldung ist Die Meldung ist nicht das als der Die Meldung ist nicht Die Meldung ist nicht Die Meldung ist echt 17 Uhr auja stopp wie viel brauchte ich zwei glaube ich ein bisschen das sind zwei 3 sogar jetzt haben wir schon mitten in der nacht jetzt nach hause finden das hier wird ja spaß am besten wir andersrum also nachts unterwegs ganz schlecht also ich glaube es ist auch worth irgendwann mal nachts unterwegs zu sein weil nachts gibt es bestimmt zeug was man braucht aber ist was hier mit dem stein wieder gott 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 aber bislang will ich eigentlich nachts nicht unterwegs sein eigentlich ungern ein uhr nachts also so weit lang war ich noch nie unterwegs borschen ein borschensteil habe ich glaube ich borsche mal auf angel küsten hier um flachwasser äh mein lager alles ablegen fallring und dann pennen und dann nochmal zurück da wo ich war ne also ich hoffe dass wir demnächst irgendwie mal ein buch finden womit die nacht länger ist weil äh die 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 der tag länger ist was was war das kommt da irgendwie der stein runter ey so viel schrott wohin mit dem ganzen schrott schon zwölf uhr drei schrottteile hochgeholt sechs stunden weg längere nacht hast du es bringen ja ja ich mein längeren tag oder kürzere nacht irgendwie sowas aber länger ach du scheiße nicht der schon wieder wo kommt der mal her rumpf beschädigt oh man was das für ein riesen vieh guckt euch das riesen vieh an glaubt das kann man das geht da ins oha das geht da unten rein das kann man bestimmt noch fangen später das müssen wir uns merken hier ist diese riesen aal kann man safe noch fangen soll sich plan halten da kam ich mal meine insel ja reparier mich borschungsteil brauche ich ich muss gleich mal richtig auf geld gehen scheiße dann voll ähm hab keine hunderten was zu erforschen aber aber 9,5 ist vier mal 9,5 mehr als 36,8 ein bisschen mehr ne wären 38 ist nicht worth aber äh was ich machen kann ist ähm so ein insel wo ich die sachen hier verkaufen kann weil es auch nicht so viel platz ist ich muss am nächsten tag hier kann ich richtig viermal bretter dreimal stoff zweimal sport und so oder nee zweimal edelmetall reinballern ich muss am nächsten tag einfach übel auf auf äh fisch gehen für geld ich brauche jetzt hier mal richtig krassen fischbestand ach du scheiße der ist ja groß damit geht der platz aus vielleicht ist das ja schon genug um zu erforschen damit ich hier ein bisschen platz habe hundert perfekt so jetzt kann ich hier schwimmdruck erforschen zack und hier richtig schön zeug reinballern einmal schrott vier planken und dann gehe ich einmal zurück zur alten insel mein edelmetall verkaufen also hier die guten sachen und richtig auf fisch ich habe so viel schrott hilfe also schrott brauche ich echt nicht mehr erst mal leichens untergangs einborderung einsatzfähig wenn es eine resumulative einbaut dann machen wir noch eine resumulative frage mich was ich damit kann ok zweimal und einmal edelmetall ich werde jetzt hier mal ein bisschen umräumen Echt nicht viel Platz Vielleicht muss ich jetzt mal was liegen lassen Ach guck mal ich hab neue Vielleicht muss ich jetzt mal was liegen lassen Für 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 Stoff So nach Norden ne Ne da zum Leuchtturm war das genau Da beim Leuchtturm Ey 2 Stunden zog ich schon Die Zeit vergeht hier so schnell Der nehm ich mit der gibt schon richtig Kohle Ich bin ganz schön Platz weg Ja Ich glaub noch einer geht nicht Ne noch einer geht nicht Aber da kann ich eine Million mitnehmen So Ich bin ganz schön Oh, Gangshan Balik jetzt hier. Hier habe ich den Händler. So, das ist schon eine 60. 30. 38. Materialer Motor. Okay, sehr gut. Ich brauche auch den Motor hier nicht mehr. Kann ich den nicht wegschmeißen? Ich würde ihn gerne wegschmeißen. Oder ich hätte gerne noch ein größeres Lager irgendwie. Ey, ich bin echt übel schnell. Ich kann ja noch einen Motor dran machen, glaube ich. Oder? Mecker ich nicht. Das gab 392. So. Küstennähe und Flachwasser. Flachwasser, Küstennähe. Dann kann ich die beiden verkaufen. Dann habe ich Platz gespart und nehme eine Angel dafür. Zack. Dann habe ich noch mehr Lagerplatz. Motor, Netz, Lampen, Easy. Stoff, Metall, genau. Pennen. Und dann geht es wieder zurück zu der einen da. Ich brauche noch einmal Edelmetall. Falls hier einmal rum. Vielleicht hat das, ich glaube, Spott und so respawned auch. Das ist schon was lange her, dass ich hier war. Finden wir ein Schwert. Wir stecken richtig Kohle. Der nehme ich mit. Okay. Ich glaube, ich könnte sogar zwei mitnehmen. Wenn es da zwei gegeben hätte. Okay. Also zwei kann ich Minimum mitnehmen. So. Was ist das hier? Mach mal Aal. Was ist das hier? Schnell verkaufen, nochmal ein bisschen Kohle machen. Schnell, nochmal ein bisschen Kohle machen. Die hast du schnell gefangen. Wie viel gibt das? 130 nur. Ja, die großen Brummer geben echt mehr. Ich gehe zurück da, wo ich eben war. Da gibt es das Edelmetall und ich habe das Gefühl, da gab es auch mehr Schrott. War Richtung Süden. Vorne gab es einmal Schrott, das kann ich mitnehmen. Aber auch nur, wenn es Tücher sind da. Hey, Holz, tut mir leid, ich brauche Tücher. Ich brauche nur Tücher tatsächlich. Ich frage nochmal hier hinter, ob da irgendwas ist. Naja, ist nix. Ich dachte eigentlich, das würde so respawnen, aber irgendwie auch nicht. Komisch. Fisch. Tut mir nicht mit. Oh, Schwertfisch. Passt nicht. Kein Heldiger mitgenommen. Schwertfisch. Gibt einer über 100. Ein besonderer gewesen. Bisschen kackt. Oh, ich brauche beides, nämlich beides. Ich brauche nur zweimal Tücher. So, Mangrove, Küstennähe, Vulkanisch, Flachwasser. Küstennähe, Mangrove, Flachwasser, Vulkanisch. Azeanisch. Eigentlich alles nicht. 52. Mal auf Korb gehen. Großer Krabbenkorb. Ne. Netze? Eigentlich auch nicht. Komm, ich gehe auf den Motor. Komm, ich gehe auf den Motor. Geht ja nicht. Beides da. Okay, damit Sie eine andere finde. Tauschen. Wir müssen das jetzt schon mal. Es geht. 17 uhr zurückverkaufen schlafen und dann ich brauche stoff zweimal stoff wird mich übel weiter bringen 130 hier könnte ich schon diesen krassen motor hin 36 plus 20 7 56 hallo wofür brauche ich denn diesen anderen motor hallo sebe mein bester wie geht es jetzt noch mal metall kein geld muss richtig noch mal ich muss jetzt er richtig angeln weil selbst wenn ich den das zweimal stoff hätte könnte ich nicht kaufen weil ich nicht nur kohle habe nagerlich fische aber ich glaube die idee nicht mit hier ist auch noch fische nix da war was bringt kram fische wo wir hier so rein oder was ist aber nix hier waren die ganzen dinger ist aber auch wieder nix hier bedelsteine mich mit easy money da ist noch mal stopp ist kein stopp ist da komme ich mit flanken damit ist leider nix da ist noch mal Oh, der ist wieder an mir. Kein Stoff, es ist wieder Planken. Die will viele vor allen Dingen auch. Kann ich nicht gebrauchen. Ich brauche Stoff. Oh, der nimmt nicht mehr. Unfall. Hier wäre Unfall. Ich muss ja den einen Typen hier auch noch was suchen. Ich glaube, ich schwimme mal durch die Insel durch. Da was gibt. Oh, was ist das denn da? Ach, guck mal, da ist das Riesenvieh. Das schwimmt hier die ganze Zeit lang. Oh Gott, der kommt ja auch zu mir. Geh weg! Hilfe! Holzplank über Bord gegangen. Der Penner, Mann! Oh, ich dachte, ich kann den verfolgen. Das viel nervt mich. Du kaufst wieder Kohle, Mann. Geld verloren, mein Scheißvieh. Hm. Jemand da zu inseln. Titanrate machen. Ja, mit Miraidon kannst du es eigentlich relativ easy machen, Säber. Einfach Miraidon. Am Anfang einmal mit Talisa und dann nur noch Parabolladung spammen. Ist echt easy. Oh, let's go. Hm? Kann ich ja schön verkaufen. Habt ihr das auch gehört? Muss gleich mal gucken, wie viel so ein kleiner Fisch bringt, um sich dieser kleine Fisch lohnt zu fangen. Und dann werden wir es einfach mal sehen. machen. Es dauert zwar lang, aber es ist halt safe. Du kannst auch Epitaph nehmen, das geht auch. Ist aber nervig, um ehrlich zu sein. Da würde ich lieber chillig Miredon nehmen. Hast du noch Atmurai bei dir? Das ist ja crazy. 87. Also irgendwie habe ich das Gefühl, das wird alles mal weniger. Ich muss zum Händler und die Edith weiter verkaufen. Den Scherz bestimme ich diesmal mit. Ich nehme dich um 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 mit. Oh nein! Ich nehme dich um mit. Nein! Du hast die ganze Woche Schanera gesucht? Crazy. Ich gehe mal da links gleich zur Insel. 27. 60. 30. Das rückwärten. Ich mache den weg. Auch wenn er nicht viel Platz weg hat, ich haue den weg. was mit dem ist Zelsamutter, der muss weg nimmt mir nur Platz weg Zelsamutter Ah fuck, fuck that Zwei kann ich mitnehmen Ah, war keine zwei 170, so Bin wieder bei 980 So, ich wollte dahin, genau zu der Insel und guck mich nicht, Stoff Ist das Stoff? Das sind nur Planken Planken brauche ich halt echt nicht Ich brauche Stoff Bringendst Bringendst Oh, hier kann man doch anlegen Gibt es hier irgendwas? Ta-ra, laufen Oh Ja Material lieber, mache ich Aber ich habe hier nicht mein Mann, ich habe mein Lager nicht Aber hier gibt es vielleicht direkt das Material Zwei Planken, zimmer Schrott Widersteine ein kelch ist das ich brauche eigentlich keinen Schrott mehr ist das nochmal Holz oder ist das zwei, Bestand niedrig Mist, ich glaube es ist nur einer es sind zwei let's go damit habe ich die nächste Porschung, die nächste nächste Upgrade nochmal neun Lagerplatschen das lohnt sich aber extrem wie soll es die Architektin wo war denn nochmal die Architektin ich glaube in Großmark oder wenn ich so zurückdenke gestern wie lahm ich war mit einem einzigen Motor und wie schnell ich jetzt bin ich balle hier lang ich pese hier lang mit einem und wenn wir erst 10 Uhr hier rechts kann ich doch den Kabel hier auch einballern ich mach das mal eben was hier ja hier war es rechtechige Fische die eine Welle spült über die Fische hinweg und trägt sie davon also zurück weil ich siehst du da etwas am Felsen hängen geblieben ist oh Sehnenrolle Handrolle mit dehnbarer Sehen umwickelt ein Ende mit einem groben Knochenhaken und Küstennähe Flachwasser Geil Okay Geil Okay Das ist glaube ich nochmal ein kleiner als die die ich habe und kann auch beides Natürlich Was ist das? Wort brauche ich nicht Jetzt geht es voran Ey das heißt bei den Krabben kriege ich auch was geiles daraus Ich glaube das sollte ich machen Ich glaube das lohnt sich Neuer Rumpf plus 9 800 habe ich sogar 9 Plätze 9 Plätze plus Scheinwerfer Noch ein Motorenplatz Let's go Das habe ich glaube ich sogar schon direkt Kost 80 Glaub ich Ein Motorenplatz mehr 4 Plätze mehr Kost 80 Glaub ich Ich habe so viel Schrott Ich kann den Schrott bei den anderen auch direkt reinpacken Nein Nein Setz es doch rein Ein Schrott Schrott Licht Licht baut Schott Guck mal Licht hätte ich sogar direkt machen können aber Was bringt mir Licht? Irgendwie bringt mir jetzt Licht gar nichts Schön Den baue ich ein Den baue ich ein Und viel Platz Hilfe 250 verkaufen Flexible Angelroute Aber ich sehe das doch richtig ne Die angeln Das kann doch das gleiche Sehnenrolle Küstennähe Flachwasser Fanggeschwindigkeit ist halt langsamer 6% Ja 50% Küstennähe Flachwasser Aber die braucht halt Braucht einen Platz weniger Die verkaufe ich Schau Richtig schön Platz hier Könnte ich die sogar hier Dann hätte ich richtig viel Platz Und noch ein Motor Platz Motor kostet wieviel 72 Hoffe ich Nochmal schneller No Alter Habe ich viel Platz Ich werde jetzt Wir haben 17 Uhr aber Architekte da ist die Architektin genau Was kriege ich von dir? Ne Muss weiter gehen Wohin will die? Wohin will die denn? Wenn du wohl Großmarchie Verlasse dich Ja um Wohin willst du? Dun aktualisiert Mission 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 Bin das Ben das Bringen die Architekten nach Stahl Spitz Wo ist denn Stahl Spitz? Nochmal Ich meine Ich war das doch mal Sag mir was stahlspitz okay nach norden das mache ich sogar noch an diesem tag bin ich schnell let's go hierhin willst du danke dir was krieg ich jetzt ich mir ein bisschen zeit bis jahr so gut ist und dann bist du sie ja bekommen okay die baut hier eine handvoll träger aus nämlich gerne schön schön gefällt mir forschen das geht voran macht übel als es ist so macht so süchtig hilfe ich wollte eigentlich nur eine stunde aufnehmen wir sind jetzt bei zweieinhalb stunden ist mir egal weil ich mache ich daraus zwei folgen ablegen okay was brauche ich brauche wieder stopp stopp und sogar planken auch also planken kann ich auch mitnehmen ich gehe mal dazu in den inseln ich glaube da war ich noch nicht unglaublich wie schnell ich jetzt bin wie schnell kann man werden guck mal da ist ein kleines schüppchen da gehe ich mal hin ruf mal ein fischer ein monster ein fischer ein buch perfekt bücher immer sehr nice ein geist ist hier auch noch was zu looten ja ich glaube es ist das schrott ah ne ich gehe der stein perfekt kann ich auch noch mal zum händler gehen muss ja sowieso mit klein mark was war das kaputtes monokel hier ist noch mehr sport er ist richtig viel sport noch mehr eine kette ich bin so schnell das so belohnt wenn man die ganze zeit so lahm war und jetzt so so schnell eigentlich wenn ich ein netz habe dann brauche ich nur fahren und sammeln fischer kann das sein weil das würde sich dann wiederum lohnen einfach rumfahren und dabei fische sammeln ey wie viel platz ich hab alle die das auf youtube sehen spult noch mal zwei stunden zurück und guckt euch an wie wenig platz ich hatte damit ihr versteht wie viel platz ich jetzt habe 18 uhr ab nach klein mark und pen nehme ich auch noch mit wie viel platz habe ich noch oh eine planke kann ich bin nehmen ach das ist ja gar keine planke ich glaube damit habe ich den neuen motor ohne planke harley macht ja auch einen schönen samstag schön dass du da warst tschau tschau so händler erst mal die dinger hier 13 uhr ist ja nicht wirklich gelohnt der 38 immerhin bin ich hier nicht ein klein mark doch und wer kriegt das wer kriegt das paket dockarbeiter der mission erfüllt fisch verkaufen und ich kann forschen 52 hat er acht deswegen okay der ist noch mal schneller wie viel geld habe ich denn ich glaube nicht genug aber den brauche ich auch nicht ablehnen den aurig Wie viel Platz ich habe. Ich fische hier alles weg. Gar kein Problem für mich. Ich fische hier gleich. Es gibt mal richtig Kohle. 170. Und hier könnte ich dann den Motor hinballern. Und die kleinen alle verkaufen. Allein durch das Verkaufen müsste ich so viel Geld haben. Trocken, doch habe ich hier irgendwas gefunden, was ich brauche. Guck mal eben. Ich habe noch eine Planke. Das kann ich machen. Ey, Schropp brauche ich aber jetzt echt nicht mehr. Da ist er. Wie viel kostet der? 450. Easy. Den verkaufen. Den verkaufen. Den baue ich aus und behalte. Den kaufen. Guck mal, da kann noch so ein kleiner rein. Zwar zum Gläubchen bei halten. Ich werde jetzt, ich werde gleich so abgehen. Mein Gott, ich weiß nicht, wie viele Knoten ich habe, aber das ist ultra viel. 50, 60, 70, 80. Kann jemand umrechnen, wie schnell 80 Knoten sind und wie schnell so ein Speedboat ist? Grun. Soll ich mal Missionen machen? Suche nach Relikten. Ich habe einen großen Schuss gefunden. Ich sollte ihn in den Sammler auf der Schwarzwelseninsel bringen. Das mache ich mal. Schwarzwelseninsel, südöstlich. Mache ich mal, ne? Ich habe nicht schnell. 150. 150 kmh fahre ich. Alter, habe ich viel Platz. Fühlt sich das ein wie 150? Passt, ne? Fühlt sich schon sehr schnell an. Ja, auf jeden Fall sehr ab. Schwarzwelseninsel ist doch hier, ne? Zu dem Typen soll ich? Nee. Mission erfüllt. Rumpf beschädigt. Ach super. Äh. Jetzt? Wer ist denn, ich bin noch hier Schwarzfelseninsel? Nee, ich bin zu weit. Westen. Ach, Westen muss ich. Ich hänge hier fest. Westen, nach Westen, nach Westen. Da ist die Schwarzfelseninsel. Und nach 50 fühlt er aber anders an. Fühlt sich mal ganz anders. Guckt mal an, wie schnell ich hier durchpese. Hä? Hier ist doch die Schwarzfelseninsel. Und nach 50 fühlt sich mal an, wie schnell ich hier durchpese. Fähigkeit freigeschaltet. Eile. Enorme Geschwindigkeit, die ihren Preis hat. Zu den Sturmklippen. Südosten Sturmklippen. Südosten Sturmklippen. Ich glaube, das machen wir, oder? Sturmklippen. Südosten. Da sind keine Sturmklippen. Diese roten Xe. Okay, genau da in der Mitte, da gehe ich mal hin. Kann ich machen. Aber ich glaube, ich muss mal mein Boot reparieren, weil es bisher nicht mehr hart ist. So, Eile erhöht sich mit Geschwindigkeit an der Motoren, lässt aber auch Panik und Motorentemperatur steigen. Wähle Eile mit L aus und dann Y. Okay, jetzt bin ich gespannt. Ja! Das gefällt dem Loot. Jetzt bin ich richtig schnell. Hilfe! Das Game ist einfach Zucker. Ich sage es euch. Was mit der Leuchtung, will er? Also, warte, wie würde ich was? Die Leuchtung zurück. 30, ja. Irgendwas. Ja, soll ich mal das Schleppnetz nehmen? Einfaches sein, effektiv, aber passive Nutzung. Eine kluge Mission für alle, die Ozeaner forschen wollen. Ja, ich glaube, ich sollte auf Schleppnetze gehen. Habe ich ein Forschungsding? Nein. Aber dann könnte ich mal ausprobieren, wie das mit dem Schleppnetz ist. Netze. Das habe ich ja. Das nehme ich mal. Und dann gucken wir mal, was ich so mache. Ich glaube, ich mache das mal. So. Habe ich das Netz hier. Fähigkeit beigeschaltet. Was, was? Was? Schleppnetz. Okay. Das kann ich also auch mit Y aktivieren. Okay. Das mache ich. Schleppnetz. Viele. Wähler Schleppnetz mit L aus dem Wasser. Fährt ein Boot. Fühlt sich das nicht aus. Aber es benötigt auch häufig Kaparaturen. Okay. 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 Ein Fisch. Fisch. Das ist halt gut, ne? Ich muss nichts machen und fange Fische. Das ist eigentlich schon chillig. Einfach schnell rumfahren. Kann ich jetzt das Item denn noch wechseln? Und ich habe das Netz trotzdem draußen. Let's go! Ja, das Fischen hat halt immer auch Zeit gekostet, ne? Okay. Lebensdauer einen Tag. Noch ein Fisch. Das ist natürlich entspannt, ne? Die Frage ist, wie teuer ist das später, das zu reparieren? Das wird spannend. Ich glaube, hier sollte ich hin, ne? Wenn das dann nur 10 kostet und vor allem, wenn ich später die besseren habe, dann lohnt sich das natürlich, ne? Was ist das hier? Loser Trümmer in der Zwischenfelsis, wo sowas auch Zähne. Tücher! Let's go! Ich glaube, Tücher war das einzige, was mir noch gefehlt hat für noch mehr Lagerplatz. Was? Ey, 3 Stück, das war ja übel huge. Jetzt muss ich aber pennen gehen. Pan! Ui! Ui! Verkaufen. Verkaufen. Ausbauen. Okay, ist noch, lebt noch. Alles gut. Ausbeute ungefähr 8 pro Tag. Verstehe. Aber wo sind die Püsche da raus? Bleiben die da drin? Okay, ich krieg die da nicht raus. Weiß nicht, wo die Püsche sind. Netz da! Easy. Okay, 2 waren zwar nicht. Und das wird hier einzeln gelagert. Das ist ja huge. Und ne Planke. Wach, hab ich noch ne Planke? Okay, ich muss ne Planke holen. Wenn meine Planke fehlt. Angeln. Netz. Licht. Also, wenn dann. Eigentlich das Netz jetzt. Ich bin vom Netz irgendwie angetan. Ah, hier brauch ich nur einen. Komm, den machen wir voll. Machen wir den. Also Schrott brauch ich auf jeden Fall gar nicht mehr. Erst hier wahrscheinlich dann wieder. Dreimal. Habe ich ja dann sogar. Hallo, Itro! Scheiße, ich bin zu süchtig. Ich merke das, wie ich süchtig bin. Kajüte, 59%. Mission, suche nach Relikten. Finde die Musiktruhe in den Sturmklippen. Okay. Wurmklippen. Das ist irgendwo hier unten. Süden und Osten. Wäre ich hier wohl hinkriegen, oder? Was ist das für ein Spiel? Das Dredge. Du bist ein Angler. Stell dir vor Wind Waker. Nur, aber nur auf dem Boot. Direkt wieder Fisch bekommen. Okay, also nach Süden und dann nach Osten. Geil. Ja, es ist so ein Cozy-Game. Ich sag das dir. Wenn du Cozy-Games fühlst, dann ist es dein Game. Kann ich echt empfehlen. Okay, man kann irgendwann auch die Trümmer wegballern. Oder wegschaffen. Ich bin ziemlich sicher. Können wir ganz kurz die Karte nochmal aufmachen. Wo muss ich hin? Rechts, rechts, rechts. Okay. Ich brauche Holz. Und sonst brauche ich eigentlich nichts, ne? Ich brauche nur Holz. Rechts, rechts, rechts. Noch Fisch gesammelt. Das ist ja echt entspannt, ne? Wo hier sind... Oh! Das... Nee, das brauche ich nicht. Kein Schrott. Obwohl, manchmal ist Schrott auch nicht Schrott. Vielleicht nehme ich es doch mit. Schrott ist nicht immer Schrott. Manchmal ist es auch Forschungsteil. Ah, wenn es Schrott ist... Was ist das? Das ist Schrott. Ich brauche jetzt einmal mit. So, und hier ist dieser Schatz. Fische! Sonst gibt es hier nichts, ne? Dann würde ich sagen, gehe ich direkt auch zu dem Typen zurück, oder? Nach... Nord... Westen. Was? Schwarzwälder sind sie? Ja, ne? Nach Nord... Westen. Noch mehr Schrott war eigentlich. Noch Fisch. Wie schnell ich bin. Alter Schwede. Keine Action. Doch, doch, wir hatten schon Action. Leider gibt es hier auch Action. Finde ich gar nicht so gut, ehrlich gesagt. Nur dieses cozy Sammeln und Looten hätte mir auch schon gereicht. 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 Da ist die Schwarzwäldsende, ne? Gucke mal, wie schnell ich bin. Gucke mal, wie schnell ich bin. Gucke mal. Gucke mal. Ich hab doch das Relikt. hier ist es doch wie so eine wilder das nicht familienwappen also hier gibt es natürlich auch ganz viel story oder so das juckt mich aber gar nicht wieso will er das denn jetzt nicht ich bin verwirrt nochmal in die mission gucken finde die musiktruhe ach scheiße das ist irgendwas anderes was habe ich denn jetzt gerade für ein familienwappen gefunden ah da zeig das familienwappen den eremiten zeigen das muss ihnen gehören irgendwo hier an den felsen der sturmklippen ist der sturm an den felsen der sturmklippen felsen der sturmklippen felsen der sturmklippen also ich glaube ich werde vermehrt auf netze gehen die netze sind ja übel gut wo war der ah ich weiß wo er am eremit war ja ich erinnere mich mit vorne war der ich will es mein bruder im unfell bringen das sage ich ihnen sind der bruder leidt gut ok mache ich aber erstmal mit dem sprechendeck mit dem kann ich glaube ich weiß wie ich die trümmer hier weg schaffen könnte das ist wahrscheinlich sprengladung für diesen felsen wo mein bruder im unfell hat er früher welche eingefällt ok perfekt ich krieg gleich sprengladungen let's go das mache ich das mache ich gibt mir die sprengladung habe ich die sprengladung jetzt ok ich fahre einfach mal hin ich weiß wo das war da war ich ja eben schon ja ich finde es die lunke bam ich würde es den waldkern bescheid geben ganz kurz gucken war das der weg wo ich hin musste hinter mir ne weiß noch nicht oder schrott ich guck mal was für schrott nehm ich mit du belohne nein oh man ich darf nie gegen die wand kommen warte mal kann ich hier auch herzünden ok man muss sie kaufen ok was sind kaputt gegangen ok ein kleines stückchen nach hause holen machen wir 2 1 2 3 4 4 ok mein netz ist voll die ich mal verkaufen bestimmt kann ich jetzt auch sprengladung hier kaufen aber auch ich mindestens zwei ich habe gerade weiter kommen einfach zu halten wahlfangen station geht aufs haus sprengladung es kostet 36 ich nehme auf jeden fall mindestens zwei mit ich nehme mindestens drei mit ja so netz wie viel gibt das ein volles netz 180 das ist ja voll das ist okay der ging auch mit drauf egal trotzdem gut sehr gut very very gut 25 meter reichweite 1800 lumen aber was bringt das was bringt mir ein besserer das habe ich noch nicht so ganz verstanden kannste ja noch besser sehen ja aber so genau was ist mit meinem fangnetz es ist repariert habe nicht gesehen wie viel das kostet hat mir ist noch nicht aufgefasst was was ist das was so ist das was noch was das bestimmt das relikt safir ohrringe das ist das ach das ist das relikt ja musiktruhe genau die brauche ich kann ich noch in das schiff reingucken was bringt das 15 prozent widerstandskraft gegen panik wir müssen weiter sprengen hier gibt es noch was zu sprengen sekunde sprengen abwart rein da ah edelmetall let's go 500 kostet die scheiße nehme ich mit das lohnt sich so die sprengladung haben sie richtig gelohnt sehr sehr nice 15 uhr und langsam zurück und dann zur spatz äh klippenschlucht gedöns an 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 Süd, warte wie, wo muss ich hin? Kart, Schwarzfelseninsel, also genau da wo ich hingucke. Warte mal, ich mach mal das Licht an. Das ist die ganze Zeit an. Ah, scheiße, die aufgepasst. Ein Motor kaputt. Sehr gut. Gut gemacht. Ne, Profi. Das ist die ganze Zeit. diese drei fisch drei augen fisch drei köpfe fisch mich irgendwie spooky also das netz glaube ich das hätte ich viel früher nehmen müssen also alle die das hier gucken und dann selber spielen wollen holt euch auf jeden fall netz ich glaube netz ist mit das beste was man hier machen kann was geld gibt das ist dumm gemacht finde ich ist wie es ist ich wollte eh ich muss eh meine dinge reparieren mache ich es mal eben noch ein fisch mit 300 was kostet reparieren verkaufen reparieren 47 ok das geht ja noch war dumm aber so ist es also ich mache echt huge progress mission erfüllt es gibt noch eine elektrische ausmeldung ich habe rechtstellt manifestation kehre sofort zur schwarzfelsen insel zurück angriff am sternbecken kann weg gesammelt werden sucht zuerst diesen bereich ab karte karte let's go süd westen Hey, teleportier dich dorthin, wo alles begann. Natürlich. Okay. Südwesten. Oh, da ist ein Schiffsrack, da komme ich bei Eberrei. Ich brauche auch noch ein paar Sachen. Holz brauche ich, gut. Das Game macht tatsüchtig. Ich sage es euch. Ich hoffe, es ist ein Forschungsteil. Schrott brauche ich echt gar nicht. Ich brauche keinen Schrott, Mann. Rückwerfen. Was lacht denn da so komisch? Ist hier ein Dschungel? Warte mal, bin ich hier nicht da, wo ich hin will? Nee, noch ein Stückchen. Obwohl, vielleicht ist es... Dingsbombs. Ein Forschungsteil. Oh, brauche ich nicht. Tut mir leid, brauche ich nicht. Ah, Mist. Wenn ich auf die Uhrzeit geguckt habe, bin ich schon ziemlich spät. Ich hoffe, es gibt hier einen Hafen. Zum Pennen. Da. Ja. Einer safe Penn, oder? Eine rote Qualle. Labor. und mich prototypen teile auch noch ein forschensteil perfekt damit ich das neue netz können wir erst mal pennen das hört sich ja alles gar nicht gut an generator forschen jeden fall netz welches mangroben flachwasser oder vulkanisch küstennähe oder direkt das küstennähe flachwasser ist glaube ich noch besser ist zwar groß aber ich kann es mir auch nicht leisten aber dann könnte ich danach auch hier küstennähe ozeanisch das natürlich geht nicht geht das nicht ich muss erst das verbessertes schleppnetz jetzt kann ich erst das so suchen wir hier mal ab edelstein ich hätte nur sachen ins lager packen sollen mal hier nach eben falls das geht ne kein lagerplatz hier hört mir gar nicht wie das hier aussieht dann ist noch eine krasse stadt und so hier geht es ist halt auch voll tief ne da könnte etwas ganz böses erlauern oh das ist das das ist wohl was ist letzter spielstand laden das ist erst mal dass ich lade jetzt mich ganz am anfang weil ich noch nie gespeichert habe dann ist die folge report endet aber ich habe noch nie gesehen dass man irgendwo speichern kann obwohl ich habe noch nie start gedrückt okay man startet wieder das gut wie sieht mein chip aus alles alles okay da kann ich nicht hin ich habe es ja fast schon gedacht ich wollte ich wollte auch nicht hin ich habe es ja fast gedacht dass da was rauskommt da gehen wir mal nicht hin das kann der typ vergessen der mich ja komplett das ding habe ich komplett auseinander genommen oh es gibt auch noch eine schatzkarte holz das ist ja so wert gewesen aber es speichert automatisch das hätte mich auch gewundert 9 uhr alles klar wir fangen bisschen was roter schnapper und wenn ich jetzt das hier mache das ist ja natürlich von überall auf der welt kann ich dann hier hin das ist echt easy das ist cool warte abkling zeit auch jetzt abkling zeit das kann man also nicht ständig machen ich will das neue netze haben ich sehe dichoa nicht er echt gut ich cho's dass du dich noch mal eine planke au forschungsteil noch geiler noch eine planke ich brauche die planken ich brauche die planken auf jeden fall netze pennen und dann gehe ich Fische verkaufen die Fischies und dann gehe ich auf jeden fall 220 mit netz was würde denn das bessere ach warte stimmt wir können hier erstmal machen einmal Holzi Holz und nochmal vier Plätze das geht nicht aber das Holz kann ich schon mal reinballern dreimal Holz jetzt habe ich gerade so noch mehr Holz das ist scheiße das ist scheiße das ist scheiße das ist scheiße okay ich brauche nur Holz Holz und Einmalstoff alles separieren für 20 der macht 8 pro Tag der 10 pro Tag aber ich habe auch in einem den neuen besseren ich glaube es lohnt sich gar nicht nochmal besseres Licht noch mal besseres Licht abdation abdation Mission Mission Relikten Fange selten ich fische Fische habe ich alles nicht okay dann Karte ich war noch nie oben im Windesstrang Teufelsgrad glaube ich auch nicht Abforschungsstation macht mir ein bisschen Schiss ich gehe mal nach Norden gucken was es da so gibt Nordosten ach stimmt wir können mal der Architekt mal eben gucken ob es da was Neues gibt die jetzt schon durch ist hier mit seinem Bau ist ein Häuschen da Grundwissen Ingenieur Geil neues Buch okay jetzt kann ich hier auch lagern neues Buch ich glaube hier gibt es Holz das brauche ich nice einmal stopp dreimal Holz oder so stopp oh yes zweimal stopp habe ich eigentlich Bordwunsteile noch ne ok platen wenn ich schon mal hier bin ach ich hätte es ins Lager packen können habe ich vergessen wenn ich schon mal hier bin gucke ich mal nochmal wegen wegen noch mehr Planken und so ein Zeug da gut und jetzt zurück wie viel Platz habe ich noch ein bisschen ummodel ich glaube nicht genug schade ein Aal kann ich mitnehmen ein Aal kann ich mitnehmen ein Aal kann ich mitnehmen neuer Rumpf plus 15 neuer Rumpf plus 15 und hier brauche ich richtig Zeug das ist mein Lager mal wieder richtig schön leer dreimal Edelmetall okay dann muss ich zu der einen Ollen da oben nochmal und da richtig sammeln äh kaufen dreimal Holz dreimal stopp ist gar nicht so unmachbar finde ich 1500 plus 15 17 ich kann auf jeden Fall nochmal ein bisschen angeln da ich kann auf jeden Fall das ist das ist und zack 18 uhr kann man so schnell fangen 200 let's go guck mal hier jetzt kann ich auch das große netz machen wenn ich noch ein forschungsding bekommen ein forschungsteil so ganz ganz kurz ich muss zu der frau zurück wo war ja mal südöstlich unfälle südöstlich richtig fisch auf dem weg dahin mitnehmen drei kopf auge drei kopf fisch 33 der dreiköpfige fisch gründwissen für ingenieure beendet da bin ich jetzt gespannt was das brachte ausrüstungstypen mittel heilbarkeit verlieren dieses themen langsamer cool riesen fisch könnte passen ich dachte gerade schon da wäre wieder irgendetwas böses das sind nur delphine ich habe hier schon viel zu viel angst für nichts oh oh den krieg ich nicht mehr verwurstet oder doch da gibt bestimmt richtig gut kohle 400 ich gehe noch mal ganz kurz ein bisschen was fischen 18 uhr dunkel ab nach hause ich habe noch 50 naja ich gehe noch 50 Landschaft bis 19 das war so ein stören hätte es auch viel wert kleine fischis für die zwischenräume knirscher marsch fischmarkt ich habe das gefühl die gibt weniger geld als der typ an dem anderen ich stehe jetzt kurz vor sechs auch ich glaube das ist nicht so schlimm ich schon 60 tage nein jetzt noch mal gucken hier wegen holz edelmetall deswegen gehe ich doch überhaupt zu der aufgepasst stimmt wer hat da deswegen bin ich doch überhaupt zu ganz vergessen jetzt noch mal schrott zurück mal richtig schrott sammeln klanken sehr gut zwei mal planken ist sehr gut mal 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 um vor die abzuhauen. Oh scheiß wie. Einfach abgehauen. Guck mal hier kann ich nochmal bomben. Folgt er mich eigentlich? Schrott brauche ich nicht. Wenn es Schrott ist, weise ich zurück. Aber vielleicht nehme ich es einfach mit. Ah, ungemeiß wir haben einmal mit. einmal holz noch einmal edelmetall dreimal stoff kann man kaufen? nein? pennen? vielleicht kann ich es dann kaufen? so jetzt nur noch einmal holz dreimal stopp. stopp ist echt das was mit am wenigsten zu sammeln ist habe ich das gefühl. wo kann ich denn hin? karte. hier die insel da war ich. also forschungsstation im westen war viel. ich glaube da gehe ich hin. schwarzer säge barsch. cool. da ist doch was. was gibt es hier? ein brack seh in die kajüte. durchsuche die schränke und schubladen. losen bodenbretter. elektrische ausrüstung. notiz des fischers. aha. den frachtraum. komm. eine angel baue ich jetzt nicht unbedingt nämlich mit zum verkaufen. werde ich ja nicht einfach so mitnehmen. ihn bauen nur. pack den zum lager. schwacher motor. zum lager. zum lager. natürlich. das war doch super. kann ich schön verkaufen. nochmal schön schmuck. hallo lara. hallo lari. das war was. schrott. ich nehme es mal mit. weil vielleicht brauche ich es ja für die nächsten stufen. also sehr wahrscheinlich sogar. aber nur einmal ist recht. jeder wäre holz. und vor allen dingen stoff. man das ist nämlich. damit habe ich das bessere netz. und das hole ich mal direkt. auch gleich. alles das hol ich mir große schleppnetz das geht ab pennen und dann direkt holen ich kann mal eben kaufen ein bisschen geld einsacken das ist nicht wie teatres so verkauft das scheißnetz hier verkauft die scheiß angel den wieso ich den nicht verkaufen kann oder überhaupt was er machen kann mit dem kackmotor wahrscheinlich falls alle meine motoren kaputt gehen ich kein geld habe damit ich auf jeden fall motor wo man nicht fahren kann so groß netz wie teuer 69 6 stunden großes schleppnetz ausbeutet zwölf pro tag noch ein holz da brauche ich nur noch dreimal stoff und geld dreimal stoff so netz rausholen und dann will ich ach habe ich das buch eigentlich lesen das war nur eine notiz hier tausend sachen weiß auch nicht was das hier bringen soll das ist einfach ein bisschen story mission die karte portenstation ja muss ich südwesten jetzt am besten noch zeug das ist hier ein anker wo ich mal kurz hin kann ich da an kann da kann ich lager da kann ich mit wo ist auch drücke ok du hast wieder so ein gelber was ist das roter schnapper den hatte ich schon mal was ist das schön was da für rotes zeug weg wo er verfolgt hier kann ich auch nirgendswo ankern also ich sammle das zeug hier noch ein dann mache ich die biege die super biege tag 64 die 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 Eh? Die bringen ja ich gar nicht Oh! Planken! Die brauche ich! Nee, brauche ich nicht! Ich brauche Stoff, Mann! Und das ist so schön! Ich habe immer noch ein bisschen Xperia, aber ich habe immer noch etwas better. Ich habe immer noch vieles gefeuert. Ich habe immer noch vieles gefeuert. Ich habe immer noch eine Sanfte der Stoffen, aber es ist schon sehr schön. und gucken ob um der insel noch irgendwo staub gehabt was hat mit den steinen berühren zu tun das weiß ich auch noch nicht Oh, Stoff, komm, Stoff, 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 was ist das Holz? Nee, Stoff, perfekt, drei Stück, es ist höchstens zwei, Mist. Ah, vielleicht habe ich Glück. Drei wäre mega. Das waren nur zwei. Wie sucht das Licht aus? Einmalstoff. 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 Vielleicht kann ich bei der ja auch Stoff kaufen, habe ich bisher noch nicht gesehen. Naja, mit Fall. Du musst einmal mit. Ach, da bomben wir nämlich einmal mit. Man konnte hier nämlich noch irgendwo bomben, weil mich nicht alles täuscht. Oh, nein. Das nehme ich jetzt einmal mit. Wie soll ich hier so... Verfolgt der mich? Geh weg. Da folgt der mich immer noch? Nee. Was ist denn hier? Ich kann da an Land. Lager. Oh, yes. Das ist gut. Mann, Stoff hätte ich gebraucht. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Oh, erschöpft. Wie kann das denn sofort erschöpft sein? Habe ich überhaupt Fisch gesammelt? 88 Passiv ist schon nice. Porsche. 18 pro Tag. Das ist natürlich nochmal richtig krass mehr. Aber ich glaube, ich gehe jetzt auf den Supermotor. den ich noch nicht machen kann. Ich muss erst den forschen. Neue Angeln. Angeln brauche ich halt echt irgendwie gar nicht. Der ist krass. Der kann halt alles. Ich bin wirklich auf den Motor zu gehen. Der Knight V ausprobieren? Was ist denn Night V? Ja, den brauche ich auch. Wenn du weißt, wo der ist, wir müssen da sowieso noch mal reingehen. Da ist ja einiges neu dazugekommen. Das Segel, womit du in der Luft segeln kannst. Der Roller. Ich muss da unbedingt auch noch mal rein. Ringgänzt. Hm, da ist noch mal so ein Ding. Das soll da rein? 4 große, starke Fische. 4 große Risse ziehen sich durch die Basis. Okay, Hammerhai und so ist da. Junge, Hammerhai kann man fangen. Was ist das denn hier für eine Stadt? Komm mal, Forschungsteil. Perfekt. Nochmal. Oh, oh Das geht. Oh. Okay. Oh. Oh. What? Oh. 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 Kann man hier ankern? Stoff, den muss ich mitnehmen. Bitte, wie viel Stoff kriege ich hier raus? Ist mir egal und wenn die Biester mich alle zerfleischen, brauche ich den Stoff. Soll ich den Stoff? 67 motor leistung und dann kann ich mich so obwohl ich kohle auch kohle 1500 ist ruhig richtig ruhig richtig fische holen ich brauche richtig auch wenn die nicht viel geben kann ich richtig schnell sammeln und 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 Das war's für heute. Eine Plunde, kein Platz. So eine kleine kriege ich noch. 200, oh nicht mehr viel. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich weiß nicht ob ich den unterbringen kann. Das war's für heute. Und dann habe ich 15 mehr Lagerplatz. Das war's für heute. Dann muss ich nochmal Fische fangen. Und dann kann ich richtig nochmal Motoren reinhauen. Motoren. Angel. Ja, ich glaube das... Nochmal Licht. Kann den Schrott da reinhauen. Ich kann mich sogar auch direkt machen. Komm, ich mach das Licht auch direkt. Also ich hab das hab ich. Ein Lagerplatz. Was? Ich brauch gar keinen Edelbattern mehr. Kann ich das wieder verkaufen? Ja. 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 Junge. Wie viel Platz hab ich bitte? Lass, liefere. Ja, ich weiß nicht wo es hier den komischen Al gibt. Sorry. Roten Schnapper. Ich kann bestimmt die engen Zyklopädie sehen, wo man die fangen kann. Ich kann mich überlegen. Ja, das war's für heute. 16 uhr ich will auf jeden Fall nicht zu weit weg gehen vom Verkauf, oh hier gibt es noch mehr Zeug, oh ja das brauche ich, ich brauche nur einmal ein paar Bretter noch und einmal Stoff, das ist ja krass, keine Ahnung ob ich dann durch bin oder ob danach noch was kommt aber in dem Fall krass ich glaube solange das Auge oben blau ist ist alles gut erst wenn es gelb wird ist böse blaues Auge ist alles gut 300 kann ich auf jeden Fall wieder was kaufen der Motor noch mal zwei Motorplätze ich habe nicht sogar Motor, die könnte ich ja provisorisch schon mal dran ballern 14 plus kann ich aber später austauschen gegen zwei von denen noch mal 14 Knoten schneller und ich habe noch nicht mal den höchsten Motor dran, die wird noch schneller auch ein Forschungsteil, nice so ein besonderer pika pika live and follow 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 oh yes pika live and follow 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 So. Passt nicht so richtig. Scheiß drauf. Weg mit dem Fisch. Ihn zieht für sowas. Dann verlangen wir das hier noch. Freude. 750. Ja. Diese Schwertfische geben am meisten. So. Und jetzt hast du vielleicht dann was cooles. Oh ja. Das für mich. Danke. Dann kann ich dir das zurückverkaufen. Ja. Ja. 2 noch. Ich wollte eben Licht gucken. Ne, die hat kein besseres Licht Aber ich verstehe diese Kombination Da irgendwie nicht so richtig Hat doch keinen Sinn, oder? Das so zu haben 26, glaube ich 27 Ne, ich warte auf den Großen 13 Uhr, ich fange noch ein bisschen was Ja, ich fange noch ein bisschen was Ich fange noch ein bisschen was Ich fange noch ein bisschen was Das ist ja, wie ich Es ist ja, wie ich Hatte ich irgendwas, was fertig war? Nein. Okay. Denk ich jetzt noch auf Scott suche. Alter, verdammt bin ich schnell. Gleich noch mit dem größeren Motor, dann geht es ab. Schrott. Alter. Okay. Oh, 19 Uhr. Nein, da wollte ich doch nicht gehen. Ich muss hier weg. Leider ist bei mir was kaputt gegangen. Einmal Staub. Zweimal Staub, zweimal Planken, einmal. Ich überlege, ob ich die Kappendinger mal mache. Ah, da würde ich schon den Besseren. So ein cozy Game, dass ich jetzt einfach in vier Stunden durchgesucht habe und fast durchgespielt habe. Ups. Upsala. Ich will jetzt mal nach Binge dran. Nordwesten. Ich bin eh so schnell. War ich hier schon mal? Okay. Deinen. Ich glaube das hier kenne ich aus dem Trailer. Man sieht hier nämlich gar nichts. Fischmarkt. Ja, bestimmt doch. Nichts besonderes. Fahrende Händlerin. Doch. Vielleicht kann ich hier was kaufen. Ne. Schade. Okay. Neun Uhr. Neun Uhr. Wir haben noch Zeit. Hier sieht man nichts. Ich glaube hier lungern auch die bösen Fische. Tavon. Ich meine ich habe da mal was gesehen. Ich habe da was gesehen. Ich glaube das sah sehr so aus wie hier. ein weiterer. Ich habe da jetzt wieder. Ich habe hier den Motor. Und dann noch weiter. Ich habe hier den Motor. Ich habe hier den Motor. Das war's. Was wird er kosten? Was wird er mich kosten? 600 nur, hab ich. Den kurz mal ausbauen. Und ins Lager. Den verkaufen. Den ausbauen. Und hier hin. Lager. Einbauen. 6 Stunden. Und dann auch so einen kleinen holen. Ich weiß nicht, wie viele Knoten ich jetzt hab, aber ich bin ultra fast. Und dann auch so einen kleinen holen. Ich glaube, wir sind nur noch mal. Und dann auch so einen kleinen holen. Das war ja eben schon ultraschnell, aber das ist ja nochmal viel schneller. Wie geht das denn? Achso. Ein Großkopfmeer-Dingens. Coole Art zu fangen. Coole Art zu fangen. Mangroven. Hier sind die Mangroven. Aha. Ist das da? Ah, wieder das von eben. Das war mir komisch, schwierig zu fangen. Oh. Oh. Alter, Flugzeug. Wo ich das nicht ansprechen kann. Meinst du, die kann ich besiegen? Vielleicht kann ich später irgendwie schießen. Oh. Oh, wir haben schon 19. Ich hau mal noch. Okay. Gehe ich jetzt auf... Ne. Dich körbe. Ben würde ich... Ich glaube, ich muss auf Angeln gehen. Mangroven. Ich brauche diese Angel hier. Kannst du denn mit dem Korb einfangen? Mit so einem riesen Korb. Ja, ich werde mal ein bisschen verkaufen gehen. Mal ein bisschen Fisch sammeln. Verkaufen. Ich verspreche. Ich kann es nicht sagen. Was sein vermמה. Ich verspreche. Oh, oder? Oh, ich erhebe. Schlüssel. Ich verspreche. Ich verspreche von ihm. Ich verspreche von ihm. Ich verspreche von ihm. Alles blöde. Ich verspreche von ihm. Ich verspreche von ihm. Oh, ich verspreche von ihm. Hebein 엄청PIES. Ich verspreche von ihm. Ich verspreche von ihm. Ich verspreche von ihm. also bisher war ja nur krabben wahrscheinlich könnte sein dass größtbessere dann auch so was sammeln können ja das kann schon sein braucht überhaupt bretter näher kann ich bretter vielleicht verkaufen und 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 Hm. Scheiße, bin ich schnell. Hallo Kitty! So, wieviel gibt das? 300 nur, ich war komplett cool. Schwach. Ja, ich brauche nur Schrott und äh, so. Und ich weine eigentlich auch, dass man diese riesen bösen Fische fangen kann irgendwie. Vielleicht, wo ich da die Mission machen will. Keine Bretter. Vielleicht ist es auch ein Forschungsstel, deswegen muss ich es machen. Nö, weg damit. Oh, 17 Uhr, ich habe nicht auf die Ohren geguckt. Und allgemein irgendwie nachts rumfahren. Ich habe ja noch einige Attacken offen. Bestimmt muss ich die Mission machen. Aber diese eine Mission kann ich auf jeden Fall nicht machen, wo der mich eben gekillt hat, der Krake. Komm mal hier um die Insel rum. Ich glaube, hier bin ich noch gar nicht so richtig lang gefahren. Was ist das für ein Fisch? Ah, der wieder. In dem Fall voll viel Platz weg, weil die so komisch zu lagern sind. Oh, was ist das denn? Wo sind wir denn da? Teufelsgrad, da war ich auch noch nicht. Oh mein Gott, da war ein Wal. Da ist ein Wal. Auch wenn er fangen kann? Das hilft nicht, der macht mir wieder nur Schaden. Und weg ist er. Schlangenakrille. Da war... Schlangenakrille, die brauchte ich doch. Ne, Schlangenakrille brauchte ich doch. Für die eine Frau da mit der blauen Kapuze. Oh, die kann ich mal eben suchen. Wo war die nochmal? Wo war die nochmal? Sch... Schwarzfelseninsel, glaube ich, ne? Oh ja. Stopp. Bitte zwei. Ja, also man kann... Das Game hat viel Potential für das Endgame, ne? Sehe ich auch so. Ich glaube so... Schwarzfelsen. Jetzt noch mal. so richtig Captain Ahab mäßig das fände ich auch cool oh yes ich habe nochmal vier Plätze mehr ein Stoff ein ein Schrott ich überlege ob ich jetzt nochmal zwei Lampen hole ob sich das lohnt genau ob sich das lohnt Antihallo ah ja stimmt ja 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 stimmt dass man die Panik nicht noch weiter runter hauen kann ne vielleicht kommt das ja noch ich habe ja ich mit diesen Büchern da kann noch was kommen ich habe auch das mit dem DLC vom DLC habe ich zum Beispiel auch noch nichts gesehen Zyklopädie hier ist ja auch noch ganz viel guck mal wie viel ich hier noch nicht habe was ist das denn hier links Abisal Vulkanisch da gibt es ja noch richtig viel guck mal hier diese Riesenkrabben und so die Riesenviecher da kommt noch was ich sage es dir ja ich würde auf jeden Fall dahin wo der Baal war ehrlich gesagt nochmal wo war denn das hier hinter ne den Schwertfisch nehme ich mit der gibt richtig Kohle oh guck mal das Pahler Segelfisch ich habe bisschen Angst vor dem Pahler ich will das Zelt auch nicht sterben ich will da hin ok ich gebe Gummi einfach schnell sein ich bin so schnell ich fahre einfach allem weg oh ja Schraub brauche ich hört ihr das? äh ich bin voll in Panik ich hätte nicht so viel Gas geben dürfen ich mache mal Panik weg ey ich spanne dich mal wieder my friend ist alles gut sie Panik jetzt die ganze Zeit so oder ist das weil ach das ist weil das hier Vulkan Ding ist ich glaube das ist deswegen wenn es Holz ist schmeiße ich es weg heute freue ich mich mehr weg ich glaube das hier ist der Vulkan Panzergründe Stoff einmal Stoff brauchte ich ne Mittel hier gibt es richtig viel Stoff ne ok auch gut Forschungsteile Stoff Stoff ich muss hier ganz dringend pennen nein wer ist das denn Fanatiker hör mal zu mit einer Flügung gehen sofort zeig mir was du suchst deine Seele Glück da mit der Sonne ich weiß nicht ob das hier irgendwas beeinflusst alles das ist als Botschaft der Leute und zwar genau wie ich es früher habe ich kriege drei ungründliche Flammen von diesem Felsen hinter uns und zünde die Tiegel ich will das mal pennen Statuen links Steintiegel kann ich später hinterher hinterher hier zurück was gibt es hier was wurde ich dran die Statue hält einen Steintiegel in der Hand er ist leer wollen da rein Mitte noch ein Steintiegel hä wo soll ich wissen was da rein soll Steinsäulen kann ich da rein dann bin ich da ok scheiß drauf, den check ich nicht klingt hier auch alles ganz böse, vulkan ich will hier auch nicht zu weit gehen, später werde ich wieder angegriffen aus dem nix und bin tot ich bin erst mal weg ich glaube hier war ich auch noch nicht ich habe den einen fisch verkauft, den ich brauchte, man, ich dummkopf serpentin makrele die behalte ich mal, weil vielleicht will der als nächstes noch eine serpentin makrele haben ich weiß nicht, ich vergesse die zu behalten Lager kleines gebäude vielleicht gibt es hier was gutes eine neue notiz doppel ohne oh da ist noch was stopp ich glaube ich habe jetzt alles, ne? ich habe doch einen sprot, oder? komm wir haben halb sieben ist weg hier und hier pennen, oder? dann Forschen auch die Angel Anti-Würrleiner hier sind ja überall so, ach guck mal hier ist, ist das wieder das Vulkan? naja, aber hier kann ich trotzdem mal umgucken was ist das? tut das weh? Heulness ich glaub ich hab alles ich muss zwei Angelplätze hab ich jetzt echt alles? was war's? alles abgeschlossen in vier stunden 40 let's go hat der irgendwie gedacht es gibt jetzt noch mal irgendwas? kann ich jetzt das Zeug was ich überhaupt verkaufen? ja fünf gibt das noch, fünf fünf das lohnt sich ja gar nicht das hoch zu holen doch noch am meisten ey okay ich wollte gucken ob ich die andere Angel vielleicht reinballer aber ich ähm das war die hier ne? ich hab da keinen Platz für doch hätte ich mangroben mangroben und küsten näher dann könnte ich nicht mehr Flachwasser weil der kann küsten näher und Flachwasser Flachwasser könnte ich dann nicht mehr aber ich könnte mangroben nein nein Quatsch was Rähchen da? ich kann die doch einfach hier hin packen und die packe ich da rechts hin easy und wie komisch dass der Motor hier so links ist und nicht in der Mitte ne? ja ok ich fang da auch noch die Fischis ich fang da auch noch die Fischis Panzergrundel diese level sich aus mit penn Quatsch penn fischmarkt verkaufen aber ich brauche ja doch ich brauche noch geld wenn ich wieder sachen porsche und abfahrt gucken wir uns hier mal ein bisschen um was gibt es hier so ich gehe links rum obwohl ich in die mitte durch ist die böse sind böse die beschützen auch was aber kriegt die tod das ist die frage ich irgendwie killen muss ich doch irgendwie killen können ich brauche ja nichts mehr aber was das das kenne ich noch nicht steintafel die anderen fische die weil ich nur weg locken mich die weggelockt wir schützen dann nicht was durch rambel will daran kommt mal mit wieso nur einer und dann bleibt er hier draußen ja kack ab jetzt haut er wieder ab jetzt haut er ab kann ich denn nicht kann ich denn nicht kennen irgendwie hinter da oder es weg respawn der oder ist er weg ne respawn einfach gibt es bestimmt später irgendwie eine möglichkeit hinweg zu ballern was ist das hier das hier nehm ich ich glaube Ah, nicht aufgefasst. Kein Dich. Gibt es hier? Nehm ich mit. Ach komm, hier kann ich explodieren lassen. Habe ich mit? Scheiße, ich habe keine Sprenglagen mit diesem Lager. Okay, Memo an mich selbst. Immer Sprengladung mit haben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, geht weg. Immer Sprengladung dabei haben. Ich kaufe hier auch direkt nochmal eine. Nicht mit. Schleite rein. Ohlschein mit einem letzten Symbol drauf. Vielleicht weiß der Händler im Kleinmarkt ja etwas darüber. Okay, mache ich mal. Guck mal, ob ich noch eine kaufen kann. Hm. Oh. Mist, das brauche ich. Nein, mir fehlen für 6. Ich brauche hier irgendwo einen Fisch. Gibt es irgendwo Fisches. 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 Da. ganz alleine. Ja. Mist, die hat das noch im Angebot. bin dir auch selber schuld wieso habe ich auch kein Geld wieso habe ich kein Geld so wo war das hier war das scheiße Rumpf beschädigt das lohnt sich nicht was ist das denn aus bestand niedrig A bis A brauche ich dafür A bis A dafür brauche ich die A bis Angel aha merken A bis guck mal hier kann ich auch durch hier muss ich durch jetzt habe ich keine mann ich brauche noch eine Sprengladung man lockt ihn nicht weg man geht einfach an ihm vorbei mal Ich muss jetzt mal kurz ein bisschen auf Geld gehen, ein paar Sprengladungen holen und so. Komm hier nochmal wieder. Oh, der nimmt mich mit. Kann ich auch nicht. Oh, bessere Angeln. Für die besseren Fische brauche ich die besseren Angeln. Auch nicht, hadal. Was denn hier? Ja. Für die besseren Fische brauche ich nicht. Ja. Scheiße 18 Uhr Ich würde jetzt auch echt gerne mal nachtrum fahren, um ein bisschen zu gucken, oder nicht? Das Auge ist noch nicht, aber ist da? Da ist das Auge da, weg! Ok, warte mal Ich geh pennen Das Auge ist ganz böse, Alter das ist richtig rot Ich habe richtig Panik Wegpennen Äh, genau der kann mir doch irgendwie was sagen über das Ding, ne? Lager, dem sollte ich doch den Stein zeigen Ach ne, ein Kleinmark, ne? Ein Kleinmark Ja Ja Das Auge ist nicht so tief Ich weiß, wie wir sind Teil einer Gruppe Jens, vielen Dank für den Follower. Ja, ich glaube, ich muss einfach mal Geld machen, das ist klar und dann brauche ich die andere Angel, dafür brauche ich noch mehr Forschungsdinger. Okay, ich will mir mal Geld kaufen. 300, ich muss einmal ein bisschen auf Fische gehen, habe ich eigentlich jetzt, ne, schade. Zwei, guck mal, der wäre vulkanisch, Mangroven, ich glaube, ich gehe mal zu den Mangroven ein bisschen fangen, Fischen. Da waren die Mangroven nochmal. Ah, wieso sind da drei Dinger? Vollfilmsgrad, ach, da sind die Steintafeln. Irgendwie habe ich auch Bock, nur noch Forschungsstation zu versuchen. Das muss doch klappen. Brauche ja nichts mehr, ne. Und nur noch Forschungsteile. Ja, Abis-Aal, den brauche ich. Brauche ich nicht, aber vielleicht ist es ein Forschungsteil. Mann. Da brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Von Gohan, moin, 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 vielen, vielen Dank für deinen Sub im vierten. Vielen, vielen Dank, war ich sehr zu schätzen. Vielen Dank. Darf ich hier auch nicht? Abis-Aal, Mann, ich brauche Abis. Ne, Abis-Agel. Hier. Den darf ich. Wilder Barracuda. Wie mache ich das hier mit dem, mit dem Vieh? Muss doch irgendwie möglich sein. Oder? Das muss doch gehen. Ich finde es geil, dass so viele Dredge anschauen. Entweder feiert ihr gerade mich, wie ich Dredge spiele, oder ihr feiert Dredge. Finde ich echt cool, dass so viele gucken. Ich hätte echt gedacht, dass das so ein Nischen-Game ist. Und ich hier die ganze Zeit alleine mit einer Handvoll Leuten bin. Oh, das ist gut. Forschungsteil, das brauche ich. Wie machen wir das mit dem Riesenvieh da unten? Wie mache ich das? Vielleicht ist es auch das Ding, was ich brauche, gar nicht genau da in der Mitte, sondern irgendwo hier außen. Das ist ein Riesenteil. Das ist ein Riesenteil. Ich glaube, das ist nochmal so ein dicker, ne? Da ist das Böse. Vielleicht auch nur manchmal. Vielleicht muss ja Nachtsinn. Oder ist es hier und hier ist noch alles okay. Oh, ich muss den Fisch verkaufen. Oh, ich muss den Fisch verkaufen. Und das, ich muss den Fisch verkaufen. Das nervt mich, dass ich nicht weiß, wie ich das krieg. Finde den Ring im Sternenbecken. Die Arme du im Teufelsgrade. Wie ist das Auge da? Kann ich das Auge erkennen? Ich muss das machen für Forkenspeile. Mittel. Nämlich, super. Zwei! Ob das Spiel weiß, dass ich nichts mehr brauche und mir deswegen mehrere gibt? Alter, als ob 19 Uhr ist. Wo ist denn jetzt 19 Uhr hergekommen? Das hier ist ein scheiß Fischgeweck. Ich habe nichts mit dir am Boot, geh weg. Ich bin zu Hause, lass mich den Ruf. Das Dretschen dauert manchmal echt lang. Echt übel lang, ne? Das kostet richtig Zeit. Forschen. So, jetzt habe ich die nächste Angel. Vulkanisch. Die brauche ich. Guck mal, die kann alles. Küstennähe, Flachwasser, Mangroben, vulkanisch. Und wann kann ich Abyss? Das Ding kann man Abyss. Abyss hatal. Das heißt, ich brauche das und das am besten, ne? Scheiße. Das ist ein Beispiel. Ich brauche das. Das ist so, ich brauche. Ich brauche das, mein Hund, ein Gerät. Ich brauche das wesentlicher. Es ist so, ich brauche das, was ich. Oh, Gewitter. War ich hier schon? Was ist das denn hier? Was nehme ich mit? Ne Münze. Oh. Seh ich ihn ein. Oh, da nächstes Teil von Karte. Die ganze Karte brauche ich ja noch. Stimmt. Ich komme hier zum Superschatz. Guck mal da. War ich bei dem safe, war ich bei dem Schiff noch nicht. Vielleicht war ich halt auch schon. Ja, das ist echt ein Problem. Ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll, ohne drauf zu gehen. Ich kann mich wieder durchsprengen und ich habe wieder keinen Sprengstoff dabei. Ich muss echt, also... Oh, da ist noch ein Fragezeichen. Ach wie das ist, dieser komische Stein. Ich muss unbedingt mal mehr... Ich muss Sprengstoff kaufen. Kann ich hier nicht anlegen? Könnt ihr da irgendwo anlegen? Hier? Nein, ich könnte hier irgendwo anlegen. Blutschnapper. Ich würde aber sagen, fünf Stunden reicht, oder? Fünf Stunden reicht. Vielleicht, je nachdem, wie es auf... Ja, ich werde es auf jeden Fall noch... Ich werde es nochmal durchspielen. Vielleicht dann morgen früh, den nächsten Part direkt. Ja, die Krabbenkörbe auch. Netze bin ich... Brauche ich noch das? Ich glaube, das ist eh das krasseste. Motoren habe ich zum Glück schon fertig. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir die Folge hier. Ich weiß noch nicht, ob ich daraus ein, zwei, drei, vier oder fünf Folgen mache. Gucken wir mal. Bis zum nächsten Mal, Leute. Hau rein.